Ah, äh, ist es normal, dass hier keine Musik läuft? Ich hoffe. Ich hoffe. Ja, aber, der heißt Skyrim, Leute. Äh, wenn ihr das noch nicht kennt, ich denke mal, jeder kennt irgendwo Skyrim. Mein Bildschirm ist irgendwie nicht richtig. Jeder kennt, denke ich mal, Skyrim. Ähm, Elder Scrolls, der fünfte Teil, schon zehn Jahre, über zehn Jahre alt. Ähm, letztes Jahr, so ein Zehnjähriges gefeiert. Ähm, der eine ist der beliebtesten und bekanntesten Rollenspielserien, die es gibt, Leute. Alle sind gehypt auf Elder Scrolls 6, oder besser gesagt Skyrim 6. Und, äh, ja. Jetzt stehe ich hier, 2022, und denke mir, was zum Fick ist eigentlich Skyrim? Ich liebe, by the way, Videospiele. Videospiele sind mein Leben. Ähm, Videospiele sind mein Beruf. Äh, seit ich, ähm, denken und atmen kann, spiele ich eigentlich Videospiele, aber was zum Fick ist Skyrim? Rein da. Ich, äh, ich sollte das mit Maus und Tastatur spielen, ne? Ich darf es nicht mit Gamepad spielen. Dashke bringt mich sonst um. Also, ja. Wann Elder Scrolls 1? Ich weiß gar nicht mal, wie Elder Scrolls 1 aussieht. Ist das auch, äh, schon so in First Person? Oder ist das noch irgendwie so ganz wild wie Fallout noch? So von oben oder so was? Irgendeine wilde Ansicht. Ist das normal, dass hier kein Ton ist, Chat? Moment. ich hab keinen Ton. Ihr habt Ton, ne? Ah, bei mir sehr leise. Warte, bei euch auch. So. Ja, bei mir war sehr leise. Okay. Ja, Leute, dann, äh, oh. Kannst du mal lauter reden, Bro? Ihr kennt mir schon alle eure, ähm, geheimen Strats und eure geheimen Builds, die mich komplett OP machen, schon mal in den, äh, Chat posten? Äh, warte, Audio. Gesamtlogik ist schon maximal laut. Ich kann auch Stimmen lauter machen. Aber mehr geht nicht. Und wo sind die Untertitel? Dialog-Untertitel, da. Okay. Ja, lauter geht's nicht. Das ist schon maximale Lautstärke. Hier ist maximal laut. Ja, hier hab ich auch laut. Ähm, ja. Der Kaiserlichen geraten. Bro, wo sind meine Untertitel? Dialog-Untertitel, okay, gibt's nicht. Sonstige Untertitel, okay, nochmal. Mehr Untertitel. Let's go, jetzt aber. Also, beste Strat ist, Comment-Lines nutzen. Was? Besschen Dieb. Sollt ihr Sturmmäntel sein. In Himmelsrand war alles in bester Ordnung, bis ihr gekommen seid. Es fängt schon, es fängt schon genauso an, wie, äh, das ist immer dieses, dieses typische, typische Western-Fantasy-Settings, so. Du bist zehn Sekunden drin und schon werden so, so tausend Begriffe genannt, so. Ja, ihr Thymesianer aus dem Rand der Himmelsspalte seid hochgekommen, um die dämonischen Sklaven von Elstrad zu vernichten. So jedes Western-Fantasy-Abenteuer, alle erste, erste zwei Minuten, immer so. Kaiserreich hat uns in Ruhe gelassen. Hätten sie nicht nach euch gesucht, hätte ich das Pferd spielen können und wäre jetzt schon auf halbem Weg nach Hammerfeld. Wir da, ihr und ich, wir sollten nicht hier sein. Es sind diese Sturmmäntel, hinter denen das Kaiserreich her ist. Wir sind jetzt alle Brüder und Schwestern in den Fesseln, die Ruhe dahinten. Und was stimmt mit dem nicht, hm? Passt auf, was ihr sagt. Ihr sprecht mit Ulfric Sturmmantel, dem wahren Großkönig. Krass. Ulfric? Der Jachl von Windellen? Ihr seid der Anführer der Rebellion. Ach, der Typ hier. Aber wenn sie ihn gefangen haben, bei den Göttern, wohin bringen sie uns? Ich weiß nicht, wohin wir gehen werden. Aber Sofengarde erwartet uns. Nein, das kann nicht wahr sein. Das kann einfach nicht wahr sein. Er ist auf jeden Fall emotional, ganz unten. Aus welchem Dorf stand ihr, Pferdedieb? Was interessiert euch das? Weil die letzten Gedanken eines Nord seinem Zuhause gelten sollten. Rohringstadt. Ich komme, ich komme aus Rohringstadt. General Tullius, der Scharfrichter wartet. Gut, bringen wir es hinter uns. Schor, Macher, Ibella, Künaret, Akatosh, ihr Göttlichen, bitte helft mir. Seht nur, General Tullius, der Militärbefehlshaber. Und es sieht so aus, als seien die Talmor bei ihnen. Verdammte Elfen. Und was ist, wenn ich ein Elfe bin? Man weiß ja noch nicht, was ich bin. Ich kann ja gleich was auswählen. War das gerade Ezio Auditore? Die Stimme? Ins Haus sofort? Das war Ezio, Leute. Was glaubt ihr denn? Hier ist Schluss. Los geht's. Da war eine Stimme, die gerade gesagt hatte, ins Haus sofort. Das war einfach die Synchronsprimme von Ezio Auditore. Stellt euch eurem Tod mit etwas Mut, die. Wir müsst es Ihnen sagen, wir gehörten nicht zu euch. Das ist ein Irrtum. Einer nach dem anderen. Das Kaiserreich liebt seine verdammten Listen. Ulfric Sturmantel, Jarl von Winteln. Es war eine Ehre, Jarl Ulfric. Er ist tot, oder? Die Stimme wirst du noch öfters hören. Nice. Nein, ich bin kein Rebell. Das könnt ihr nicht tun. Halt! Ihr werdet mich nicht vor uns schätzen. Will sonst noch jemand fliehen? Liebend, kriegt ihr mich nie im Schweine? Ja, das bin ich, Leute. Nord. Ork. Es ändert sich ja gar nichts. Ah, jetzt hier. Also, es stehen auch die Lore darunter, ne? Volk Nord. Die Bürger von Himmelsrand sind große, blonde Menschen. Die Nord sind stark, zäh und für ihre Kälteempfindlichkeit und ihr Kriegstalent bekannt. Mit ihrem Kampfschrei schlagen sie ihre Gegner in Flucht. Als der Bewohner, als Bewohner der Rotgarianischen und der Drachenschwanzberge sind orkische Schmiede für ihre Kunstfertigkeit berühmt. Ork-Truppen in schwerer Rüstung gehören zu den besten Kämpfern des Kaiserreichs und sind furchterregend, wenn sie ihre Kraft Blutrausch einsetzen. Ja, Orks fühle ich. Orks sind cool, Mann. Ich mag Orks. Aber mal gucken, was es hier noch so gibt. Roth-Vadron Roth-Vadron Die von Natur aus Bestenkrieger Tamriels Die Roth-Vadron aus Hammerfell sind besonders zäh und besitzen einen natürlichen Widerstand gegen Gifte. Sie sind in der Lage im Kampf, die Kraft Adrenalinschub einzusetzen. Drachenschwanz ist ein guter Begriff. Weil da Schwanz steht, oder? Habe ich recht? Die was? Die Roth-Vadron Der Waldelf! Junge, der sieht einfach aus wie ein fucking Alien. Wir kommen von einem anderen Planeten. Ihr nennt uns Elfen. Dabei sind wir Martianer. Wir werden euch alle vernichten, wenn wir aus der Sklavenstadt befreit worden sind. Fucking Alien, Alter. Der Volk stamm aus den Wäldern des westlichen Wallenwald ist auch als Bosma bekannt. Waldelfen sind gute Kundschafter und Diebe und in ganz Tamriel gibt es keine besseren Schützen. Sie sind von Natur aus resistent gegen Gifte und Krankheiten und sie befehlen Tieren mit der Kraft Tierbeherrschen für sie zu kämpfen. Also, Tierbeherrschen fühle ich. Finde ich geil. Finde ich geil. Der Rest, ja, Scharfschütze, Stealth, ja, ja, ich weiß nicht. Ja, und dann sieht er noch fucking aus wie ein Alien. Also, das Tiere beherrschen ist schon sehr sick. Das macht sich in Divinity, habe ich es auch geliebt, habe ich auch direkt zum Start ausgewählt als Fähigkeit mit Tieren reden, weil es super nice ist. So, dann haben wir hier die Khajiit. Ja, wie viele gibt es überhaupt? Oh, einige. Was sind die Khajiit? Khajiit sind die Katzen, ne? Ja. Sie stammen aus Provinz Elsweya, sind intelligent, schnell und behände. Sie sind ausgezeichnete Diebe, dass sie sich von Natur aus heimlich bewegen. Alle Khajiit können in der Dunkelheit sehen und verfügen über waffenlose Clownangriffe. Not bad eigentlich, oder? Klingt schon ganz cool. Der Waldelf hat ordentliche Kräuter geraucht. Ich glaube auch, der ist komplett in seiner eigenen Welt. Kaiserlicher! Tja, der Einwohner von Kyrodil haben sich als verschlagene Diplomaten und Händler erwiesen. Sie sind geschickt in Kampfkunst und Magie. Wo immer Goldmünzen zu finden sind, finden sie Angehörige des Kaiservolks stets ein paar mehr als alle anderen. Mit der Kraft, Stimme des Kaisers beruhigen sie einen Feind. Wie ist das eigentlich hier in dem Spiel? Ist das so ein bisschen wie Divinity, dass du nach deiner Rasse auch hier und da ein bisschen bewertet wirst? Oder ist das komplett irrelevant? Die Katzen haben die Fähigkeit im Dunkeln zu sehen. Ist so das Angenehmste, was man haben kann? Nicht wirklich. Okay. Hochelf. Junge, das ist ja noch ein krasseres Alien. Dialog ist da, aber es macht nichts. Okay. Nicht, dass ich jetzt keine Ahnung, wenn ich jetzt sowas wie ein Ork nehme, dass ich dann wie bei Divinity, wenn man einen Untoten spielt, dass man in keine Dörfer mehr rein darf oder sowas. Die in ihrer Heimat den Summerset-Inseln auch unter den Namen Altmar bekannten Hochelfen sind das begabteste Volk in den Arkanen-Künsten. Sie benutzen ihre Kraft der Hochgeborenen, um ihre Magika schnell zu regenerieren. Okay. Dunkel-Elf. Oh shit. Oh shit, der drohte Augen. Die in Morrowind-Bahn... Morrowind! Leute! Das spielt alles in derselben Welt! Skyrim, Morrowind, Oblivion, alles ist in derselben Welt! Die in Morrowind beheimateten Dürgen-Elfen aber auch oder auch Dunmer verfügen über bemerkenswertes Schleich und große magische Kräfte. Sie besitzen einen natürlichen Widerstand gegen Feuer und können die Kraft Zorn der Ahnen einsetzen, um sich mit Feuer zu umgeben. Titel-Drop! Nee, nee, falsches Spiel. Die Spiele sind auch nach den Kontinenten benannt. Also die Kontinente sind alle... Hä, aber Oblivion heißt doch nicht... Der Kontinent in Oblivion heißt Oblivion? Ich dachte, es geht um das Oblivion-Tor. Okay. Bretone! Zusätzlich zu ihrem schnellen und scharfsehlingen Verständnis der Zauberkunst rühmen sich selbst die einfachsten Bretonen von Hochfels ihres Widerstands gegen Magie. Bretonen können die Kraft Drachenhaut einsetzen, um Zauber zu absorbieren. Oblivion ist die Welt der Dämonen. Okay. Argonir! Yo! Es gibt Echsen! Shit! Jetzt wird's schwierig. Ich dachte bisher, mir ist klar, wen ich nehme. Jetzt wird's schwierig. Diese Reptilienwesen, optimal an das heimtückische Sumpfgebiet der Schwarzmarsch angepasst, besitzen einen natürlichen Widerstand gegen Krankheiten und können unter Wasser atmen. Mit ihrer Kraft heilender Haut können sie ihre Gesundheit sehr schnell regenerieren. Shit! Ich war davor sicher, ich mach mir einen Ork. Aber es gibt Echsen, Leute. Ich liebe Echsen. Man kann ihn auch anpassen, ne? da oben Körper und Kopf. Komm, Leute, dann machen wir eine geile Echse. Körper? Fertig? Ne. Ah, Oh, Geschlecht. Ich kann auch Halbfrau sein? Oh, geht auch nicht. Ich dachte, das ist ein Regler, den kann ich richtig anpassen. Dann bin ich irgendwie halbe Frau oder so, halbe Mann. Frau oder Mann. Äh, Vorgaben. Okay, sind wahrscheinlich vorgespeichertes Zeug, ne? Äh, Hautfarbe. Bro, wo ist denn Rot? Wieso gibt es kein Rot? Scheiße, das Mausrad. Ey, wenn noch was geht ab, heute war ein langweiliger Tag. Vielleicht ist jetzt der Tag ja besser. Mit dem Chat und mit Skyrim und mit mir. Aber bei den Vorgefertigten gab es doch einen Roten. Wieso gibt es hier keinen Roten? Ich sehe schon immer so einen Prinzen. hier bei den Vorgaben. Okay. Gab es die? Okay, das sind nur Markierungen. Die kann ich wahrscheinlich gleich machen. Irgendwie Narben, Gesichtsbemalungen oder sowas, ne? Ja, dann machen wir wieder Standard. Hallo? Ja, dann mache ich irgendwas Helles. hier. Gewicht? Ja, Buff oder nicht Buff? Uff, 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 uff. So sieht das eigentlich aus immer, wenn er atmet. Uff, 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 uff. Ja, wir wollen einen richtig Chonky Boy haben. Okay. Ähm, nein. Kopf. Gesichtsfarbe? Es gibt nur zwei. Zwei Gesichtsfarben. Hallo? Machen wir das Schwarze. Äh, Schmutz. Hallo? Ich bin entweder schmutzig oder nicht schmutzig. Ne, ich bin sauber. Schmutzfarben. Oh, warte. Ah. Ah. Hm. Ah. Gibt's auch nur zwei. Narbe? Boah, ich muss gleich die Maus wechseln. Kann ich das auch so machen? Ja, geht auch so. Wir brauchen keine Narben. Narben sind ein Zeichen davon, dass wir zwar viel gekämpft haben, aber Narben sind auch Zeichen davon, dass wir schwach sind. Denn wir wurden getroffen. Keine Narben für mich. Warte, der Schmutz muss weg. Ne, es gibt doch mehr Schmutzfarben. Der Schmutz ist weg. Ich mag den Schmutz nicht. Habe ich was verpasst? Ne, ich bin gerade am Anfang. Charaktererstellung. Kriegsbemalung. Okay, das klingt schon besser. War das mal die richtige Farbe? Die Kriegsbemalung? Ja, die Farbe gefällt mir. Ja, die nehmen wir. So, und jetzt nur noch die richtige Bemalung. Fuck, die richtige Bemalung. Die, ja, kennt man halt kaum, ne? Uh, die, einfach nur die, die Zacken anmalen. Ja, ich steuere es gerade auch mit der Statue, nicht mehr mit Maus. Wir machen so. Okay, ähm, Gesicht, Nasenart. Irgendwas Spitzes will ich haben. Ja, das ist am spittesten, denke ich. Nasenhöhe. Ne, tiefer. Jetzt sieht es ein bisschen aus wie so eine Ente. Ja, Nasenlänge. Ja, ganz raus. Ja, wir wollen was Spitzes haben. Kieferbreite. Ändert sich was? So, ganz hinten. In der Lore sind Argonia so Höhlen, denen so eine Art Baumgott eine Seele gibt. Und wenn eine Argonia stirbt, geht die Seele in eine neue Höhle. Also quasi unsterblich. Also bin ich vielleicht irgendein anderer Typ? Einer von euch, der auch eine Argonia geschrieben, gespielt hat und dann gestorben und aufgegeben hat das Spiel? Der bin ich jetzt. Ja. Ja. Kiefernvorstand. Der gute alte Kiefernvorstand, Leute. Es hat sich versammelt, der Kiefernvorstand. Wangen-Knochen-Höhe. Wangen-Knochen-Breite. Ja. Möglicherweise. Ja. Jo, ciao. Stift. Ist das auf Sale oder was ist in deiner Bibliothek? War das in deiner Bibliothek? Das war in meiner Bibliothek. Wegen Dashke. Wangenfarbe? Okay. Lachfalten. Als ob man da irgendwo Lachfalten erkennt. Ach so, ist auch einfach nur bunt. Bei den Einstellungen gibt es ja auch immer nur ganz voll oder ganz leer. Halt wirklich. Unterring und Wangenfarbe. Alles in derselben Farbe. Nasenfarbe. Ja, alles in derselben Farbe. Kinnfarbe. Okay. Halsfarbe. Okay, Hals vielleicht ein bisschen too much, oder? Jetzt auch wohl? Nö, ist gut. Und Stirnfarbe. Okay, hier machen wir Kontrast. So, Warte und Kinnfarbe. Vielleicht auch Kontrast. So. Hals, Ted. So, okay. Augen. Mach Regenbogen. Augenform. Große. Ich brauche große. Ich muss alles sehen. Augenfarbe. Was gibt es da für Augenfarben? Yo. Der ist einfach ohne Drugs. Diese Runden. Boah. Einfach gar keine Pupillen. Er hat die Transzendenz erreicht. Wir machen die hier. Die sind sickers. Bitte gib ihm die Teller. Das hier, der sieht ein bisschen creepy aus, oder? Aber irgendwie auch cute, oder? Obwohl, die Farbe ist nochmal cooler, glaube ich. Augenhöhe. Der hat Dinge gesehen. Junge, jetzt einfach stundenlang Charakter createn. Und dann 10 Minuten spielen. Und irgendwie ist Skyrim echt scheiße. Augentiefe. Die müssen richtig raus. Hey, Moritz. Danke für die 12 Monate, Mann. Kuss für deine Treue. Ein Jahr mittlerweile. Dankeschön. Lidschatten. Ja, noch mehr Grün. Und Liederfarben. So. Dann haben alle Angst vor dir und trauen sich nicht, dich anzugreifen. Das ist Meta. Achso. Wie hast du es geschafft, all die Jahre kein Skyrim zu spielen? Was ist dein Geheimnis? Ich habe generell nie wirklich groß Interesse gehabt an westlichen RPGs. Weil ich immer so westliche Fantasy-Settings immer recht langweilig fand. Weil irgendwie alle gleich sind. So. Brauenart. Passiert was? Ach, da oben meine Stacheln. Moment. Ich muss mal Tastatur machen. Ja, die sind sick. Spielst du mit oder ohne Mods? Ohne Mods, weil es mein erstes Mal ist. Braunhöhe. Da ändert sich irgendwie nicht so viel. Wie viel weißt du über das Spiel? Also, ich weiß, dass gleich ein Drache kommt und man dann abhauen muss. Und ja, es gibt Fusrodar und Durvakin. Das Lied kenne ich. Mehr weiß ich nicht. Ganz breit und ganz lang. So, Mundform. Ändert sich da was? Ja, ein bisschen. Sieht doch bisher ganz hübsch aus, oder? Warum spielst du es dann, wenn du eh schon alles weißt? Oh, das braucht man nicht zu wissen. Ich glaube, da wirst du Mods drin haben. Die Anniversary Edition hat sich gemeldet. Und da ist einfach nur ein Mod-Pack. Keine Ahnung. Ich habe es ja nicht gedownloadet. Die haben sich gemeldet, haben gesagt, yo, hier, Download. Ich habe ein Ja gedrückt, dann wollten sie eine E-Mail-Adresse und dann habe ich abgebrochen. Der gute alte Mundvorstand. Lippenfarbe kann ich auch noch machen. Und Haare. Ich kann Haare mit ihm haben? Ah, okay, Stachel. Yo, das ist sick. Ah, das ist eigentlich auch nice. Oh, er kann wirklich Haare haben. Die ganzen Hörner, Alter. Je mehr Hörner. Also, wenn ich das hier sehe, ne? Junge. Ich möchte meinen Hammer rausholen. Meinen Hammer rausholen. Und richtig sick LB-Kreis drücken. Mit dreifach Aufladung. Mit Ring ist eigentlich auch ganz cool. Nur Haare. Seine Rüstung ist bestimmt nur ganz okay, so. Ich könnte mir seine Rüstung echt cool vorstellen. Hm. Also, das mit den Ringen ist ganz cool, finde ich, tatsächlich. Das mit zu vielen Stacheln. Das mit den Haaren ist an sich auch ganz cool. Aber, wenn die immer grün sind, dann muss ich ja immer irgendwie... Ja, wird das Glamourn ein bisschen schwierig sein, ne? Ah, und das sind... Das mag ich irgendwie zwar auch. Aber das mit den Ringen ist nochmal irgendwie cooler. Ja, wir nehmen das hier. So. Ach doch, ich kann Haare Farbe doch ändern. Okay, Moment. Ah. Ah. Nee, ich glaube, ich fühle das nicht. Die Ringe, Leute. Die Ringe sind's. So, ich bin fertig, ne? Das ist er, Leute. Ben und Charakter einen Namen geben. Ja. Haben Argonier irgendwelche Merkmale in ihren Namen? Das ist z.B. sowas wie Orks, dass die oft sowas wie Rak-Ak und dann so einen Strich drin haben oder sowas. Ob die irgendwelche Namenmerkmale haben? In der Regel eine Action als Name. Wie eine Action? Argonier haben meistens so Namen wie Schwimmt im tiefen Wasser oder sowas. Warte, Moment. Was? Sowas tanzt auf Wasser. Als kurzer Satz. Okay, warte. Ich gucke mal kurz. Damit ich Argonier-Namen, damit ich ungefähr verstehen kann, was ihr meint. Irgendwelche Argonier-Names. Ich will auf Deutsch. Irgendwie eine Wiki-Seite, wo ein paar Argonier aufgezählt werden. Kategorie Argonier hier. Abendliche Schuppen. Abijoano. Adrasi. Azikatz. Azimota. Akadzul. Amese. Azeba. Das ist ja gar nicht so, wie ihr gesagt habt mit dem Namen. Wieso lügt ihr mich an, Chad? Anotzkarat. Barthait. Badet. Badet in der Sonne. Okay. Banals. Badet. Badet in der Sonne. Da gibt es einfach ein Argonier, der heißt einfach Argonier. Bewegt sich. Was? Oh mein Gott, meine Maus. Begierig zu gehen. Wie Hände mit Worten. Beißt vier Steine. Beobachtet die Wurzeln. Beria sehen. Ja, es gibt sowas, was ihr meint, aber auch nicht viele. Der Schlawiner. Hä? Hä? War da gerade Bringtschwanz? Was? B? Äh. Biegt Eisen. Äh. Bringt Schmerz. Bringt Schwanz. Denkt durch Bauch. Okay. Kegi der Schlawiner, sehe ich. Ne, wenn, wenn, wenn Kegi, dann muss ich irgendwie was kombinieren, sowas wie, äh, sowas wie, äh, ähm, ja halt, dass, wenn ich einen Namen benutze, dann muss ich ja das ja so ähnlich machen wie die. Oder, wenn ich halt keinen richtigen Namen habe, sondern so quasi einen Titel, dann kann ich da eigentlich Kegi reinpacken. Es sollte einen geben, der heißt, lupf meinen Schwanz. Ähm. Kann ich auch Sonderzeichen machen? Geht, ne? Ähm. Haben die auch so im Spiel mit, mit, mit Bindestrich? Wenn man die antrifft, haben die so Bindestriche? Ja, okay. Will schnell sterben? Boah, ich hab auch noch einen guten Namen. Wie findet ihr diesen Namen? Das sind meistens die Nachnamen. Okay. Mega gut und kreativ. Okay, dann nenne ich ihn äh, Ketz. 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 Ejai. Will. Schnell. Sterben. Oh, das ist zu lang, Leute. Ejai. Oh. Ejai. Ejai. Will sterben. Wegen Kedjai. Ejai. Ketz. Ketz. Ejai. Ketz. Will sterben. Ja. So. Seid ihr mit einem der Hafenarbeiter von Rifthorn verwandt, Argonia? Ja. Beste Freunde. Hauptmann, was sollen wir tun? Er steht nicht auf der Liste. Vergesst die Liste. Er geht zum Block. Wie ihr befehlt, Hauptmann. Es tut mir leid. Wir werden dafür sorgen, dass eure Überreste in die Schwarzmarsch zurückgebracht werden. Folgt dem Hauptmann Gefangener. Moment. Schnell speichern. Ah, Katzchen. Ich wollte wegrennen. Ich wollte wegrennen. Schade. Ulfric Sturmmantel. Man. Wir in Helgen nennen euch einen Helden. Aber ein Held setzt nicht eine Macht wie die Stimme ein, um seinen König zu ermorden und sich auf dessen Thron zu setzen. Was hast du gesagt? ...Himmelsrand ins Chaos gestürzt. Und nun wird das Kaiserreich euch richten und den Frieden wiederherstellen. Was war das? Es ist nichts. Weitermachen. Ja, General Tullius. Gebt ihnen ihre Sterbesakramente. Möge der Segen der Achtgöttlichen auf euch ruhen, während wir eure Seelen Aetherius übergeben. Um Talos Willen schweigt und bringen wir die Sache hinter uns. Wie ihr wünscht. Kommt, ich habe nicht den ganzen Morgen Zeit. Wolle, Herr Kulius. Ab mit dem Kopf. Meine Ahnen lächeln auf mich herab, Kaiserliche. Könnt ihr das auch sagen? Kaiserlichen Drecks, Kerle. Gerechtigkeit. Tod den Sturmmänteln. Im Tode so furchtlos, wie er im Leben war. Echse, ihr seid dran. Hast du mich gerade Echse genannt? Ich bin ein stolzer Agonier und ich möchte, dass du auf meine stolzen Agonier-Rechte achtest. Guten Abend. Was beim Reich des Vergessens ist das denn? Wachposten. Was habt ihr gesehen? Es ist in den Wolken. In den Göttern. Ein Drache. Wie ist das möglich? Pah! Pah! Ich bin hier. Wohin? Kannst du bitte rennen? Hier entlang. Wie seid ihr jetzt schon verletzt hier? Das ist ganz schön aufregend, Chad. Wow! Okay. Kann ich hier schon sterben? Irgendwie hat das Feuer mir nichts gemacht. Da, da, da hinten. Nicht nach oben schauen! Aber der Drache sieht sick aus. Der gute Guna. Kann ich dein Schwert haben, bruh? Bleib nah bei der Wand. Yeah! Drachen sind schon echt sick. Guck mal hier, Pfeil und Bogen klauen. Wieso nicht? Oh, das ist ein Feuermagier. Oh, was? Jetzt sind nur wir beide Gefangene. Ich werde komplett durch den ganzen Stadt geschoben auf den Boden. Deine Hände sind gefesselt. Die sahen gerade nicht sehr neulich gefesselt aus. Aber Tür aufmachen kann ich. Ach, hätte ich mich jetzt schon entscheiden können? Wir sehen uns dann in Sovengarde, Bruder. Offenbar sind wir die einzigen, die es geschafft haben. Das Ding war ein Drache. Kein Zweifel. Genau wie in den ganzen Geschichten und Legenden. Hast du genau draufgeschaut? Das ist der Grund des Endes aller Tage. Wir machen uns besser auf den Weg. Kommt her. Lasst mich sehen, ob ich diese Fesseln nicht löse. Ja, bitte. Und dann Besen als Waffe. Hier. Ihr könnt euch Gunnias Kram ruhig nehmen. Er wird ihn nicht mehr brauchen. Gunnar! Äh, okay. Wird sogar ausgezogen. Kann ich jetzt, ähm... I? Bekleidung? Ich glaube, ich habe die jetzt an, oder? Ja. Ja. Ja, ich habe eine Axt. Wir versuchen, einen Weg hier herauszufinden. Ja. Die ist verschlossen. Versuch mir es mal beim Tor. Verdammt. Glocken. Alter, meine Arme. Sick. Verdammt. Mit der Axt. Mit der Axt. Schade. Kommt schon durch. Die Kaiserlichen. Geht weiter. In Deckung. Wo denn? Öffnet dieses Tor. Ach, wir kämpfen jetzt. Okay. Die kam so entspannt rein. Könnt ihr nicht gewinnen. Ja. Komm schon. Von hinten. Ja. Alter. Ja. Vielleicht hatte hier einer von den Kaiserlichen den Schlüssel. Wie sie weggeslappt wurde. Alles mitnehmen. Habt ihr einen Schlüssel gefunden? Alles mitnehmen. Durch. So. Was haben wir hier für eine Waffe? Ein neuer Dolch. Äh. Das Schwert. Wiegt mehr. Ne. Wiegt weniger. Aber das hat mehr Wert. Wahrscheinlich zum Verkaufen, ne? Äh. Okay. Dann hab ich jetzt hier neue Klamotten. Jo. Die sind gruppiert, ne? Oder? Einen Helm kann ich jetzt aufsetzen? Ja. Let's go. Hier so ein dicker Helm. Kaiserliche Rüstung. Kaiserliche. Leichte Stiefel. Kaiserliche Armschienen. Nicht leichte Armschienen. Beschlagene kaiserliche Rüstung. Ja. Nein. Das wollte ich nicht. Äh. Kaiserliche Rüstung. Ja. Ach. Überall wo so ein Pfeil nach oben ist. Das wahrscheinlich bedeutet. Hey. Ist das Beste, ne? Okay. Ja. Jetzt bin ich ein richtiger Ritter. Ha. Ha. Jetzt brauch ich nur noch ein Schild. Soweit hab ich schon nicht gespielt. Wo hast du aufgehört? Du hast nicht mal bis zum ersten Kampf gespielt, Nico? Kannst du bitte die Schnauze halten? Zugkette. Benutzen. Geht nicht. Ich will mich umschauen. Ich kann rauszoomen. Ah, hier. Jetzt kann ich so spielen, ne? Spielt man so mit Gamepad? Aber so würde ich mal wenigstens meinen coolen Charakter sehen, den ich erstellt habe. Da ist der Schlüssel. Neues Schwert. Kann ich hier direkt ausrüsten? Ne, ne? Ich brauch nur das Schwert. Wobei, das können wir bestimmt verkaufen später alles. Ähm, hab ich, äh... Ne, ist Schwäche. Aber hier ist ein Pfeil nach oben. Dann ist es wohl besser. Ähm, hab ich ein unendliches, äh, unendliches Inventar? Du kannst auch Duel wielden. Oh. Aber dann kann ich nicht mehr blocken. Dann kann ich ja nicht mehr blocken. Ja, ich brauch Block. Block ist wichtig, Leute. So. Tragglas steht unten im Inventar. Ah, okay. 300. Ja, gibt's hier noch irgendwas Interessantes? Ah, hier ist noch eine Truhe. Gold. Alles mitnehmen. Ich kann später wegwerfen, wenn ich zu viel habe. Äh, Waffen. Zweihändig tragen kann ich aber nicht, ne? Es sind da wahrscheinlich extra Waffen, die dann zweihändig gedacht sind, ne? Okay. Holzschale. Wir nehmen alles mit, Leute. Alles wird mitgenommen. Die Tür ist von der anderen Seite blockiert. Okay. Es ist ein bisschen weird, dass ich nicht, dass ich mit Shift nicht sprinte, sondern schleiche. Hey, Skandon, was geht ab? Hier ist noch was. Ja, alles mitnehmen. Oh, hier. Noch ein Schwert. Nehmen wir auch mit. Okay, let's go. Ich hab Schlüssel, wir können raus. Halvor, halvor da, wie auch immer du heißt. Ich hab den Schlüssel. Kann ich theoretisch jetzt schon... Ich level meine Einhändigkeit. Habt ihr einen Schlüssel gefunden? Brav, chill. Ich level. Okay, gut. Ich hab noch ein bisschen gelevelt. Alles gut. Bisschen level, Leute. Großer Sack. Jetzt schon am Exploiten. Du machst das schon. Ich brauch ne kurze Pause. Ich brauch nen kurzen Moment. So, was haben wir hier? Oh! Meine Kohlköpfe! Okay. Einfach rumgeworfen. Cool, kann man verkaufen. Echte Silber, Leute. Ist er wieder vollgeheilt? Kann ich wieder... Verdammt. Dieser Drafe ist aber hartfleckig. Er ist wieder vollgeheilt, Leute. Hey, lass mal ein bisschen auf. Aufpassen! Ich stehe auf eurer Seite! Der, elender Hund! Ja! Er kann nicht sterben, egal wie du lange auf ihn draufschlägst. Also hätte ich jetzt meine Waffe auf maximal Level leveln können? Seht nach, ob hier irgendwelche Zaubertreten. Ja! Wie lange dauert das? Bitte tu es nicht! Wie lange dauert das? Lange! Hm. Also bei Ouroboros in Scription hatte ich hier kein Problem damit, Chad. Dass ich mir eine OP-Karte baue. Kannst du denn gleich noch Schleichen auf Max bringen? Also wenn ich die ganze Zeit Schleichen halte, level ich auch Schleichen. Kaninchen. Du hast die Inscription gezockt, aber natürlich. Direkt zu Release. Schleichen beim Bären, dann gegen die Wand. Solange Gegner in der Nähe sind. Achso, es müssen Gegner in der Nähe sein, damit ich Schleichen. Damit Schleichen was bringt, okay. Und Stealth-Archer ist so das OP-Ding. Kohlköpfe. Noch mehr Kohl. Zu Hause gleich erstmal eine dicke, fette, geile Kohlsuppe machen. Alles gut. Alles, können wir alles verkaufen und dann irgendein dickes, fettes Zwei- und Schwert kaufen. Alles verkaufen. Scheiße, ich will da rein. Alles verkaufen. Ab einem gewissen Punkt kann man mit allem OP sein. Achso. Fertig? Dann gehen wir weiter. Gibt es hier Nutsche Katana? Aber du kannst auch sehr OP mit Magie werden. Der Weg dahin ist aber ohne Schießen einfach tot. Ja, ich weiß noch gar nicht, was es für Möglichkeiten gibt. Ich werde erkunden und herausfinden, was es so für Möglichkeiten gibt, die man spielen kann. Okay, Schleichen, Leute. Wir müssen Stealth trainieren. Achso, das sind meine. Wenn du weißt, wie man vernünftig entchartet, kannst du in 10 Minuten auch etwas wie einen Löffel, der alles One-Hit wird erstellen. Hast du einen Löffel-Only-Run gemacht? Fuck, mein Inventar ist gleich voll, Leute. Shit. Mein Inventar ist voll. Schnapp euch nicht. Schnapp euch nicht. Wo ist denn? Gehört das zur Bekleidung? Ah, okay. Das ist Bekleidung. Dann rechtsklick, ne? Denke ich. Ähm. Bin ich jetzt langsamer? Ich bin jetzt langsamer. Äh. Fett-Roll. Okay, ich muss irgendwas wegwerfen. Die Waffen. Sind die... Ja, die Rüstungen sind wahrscheinlich das Billigste. Wert 25. Hier. Nein, nicht anziehen. Scheiße. Äh. Stiefel. Wie werfe ich etwas weg? Fallen lassen. Äh. Hä, das hat so wenig gewogen? Okay. Wir sind wieder safe. Hey, mein Chat ist irgendwie nicht mitgekommen. Scheiße. So, jetzt. Wieso habe ich jetzt irgendein Dolch in der Hand? Wo ist meine Axt? So. Eisenpfeile. Ach, hier, Streitkolben ist sogar stärker, Leute. So. Okay. Ja. Jetzt habe ich ein Schild und ein Kolben. Okay. Schleichen ist, wenn du so ein Auge als Fadenkreuz hast. Okay. Können wir dich befreien? Benutze Maus, um den Dietrich zu drehen und weh, um das Schloss zu drehen. Je höher sich der Dietrich an der richtigen Position befindet, desto weiter dreht sich das Schloss, bevor der Dietrich abbricht. Erst wenn der Dietrich an der richtigen Position ist, dreht sich... Was? Wie? Ach so. Aus irgendeinem anderen Spiel kenne ich das. Bro. Ist ein Magier? Gold. Braucht nur deine Tränke. Fallout? Nee, 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 nee. Irgendein Spiel, was ich auch gestreamt habe hier, glaube ich. So, okay. Was haben wir hier? Das Buch von Drachenblut. Lesen. Das Buch von Drachenblut. Von Drior Emelene Mandrine, Orden des Talos. Jahr 360, Jahr 360, der dritten Ära, 21. Jahr der Herrschaft, seiner Majestät Pelagius IV. Viele Menschen haben den Begriff Drachenblut gehört, wie werden schließlich von den drachengeborenen Kaisern regiert. Warte, wir brauchen immer beim Lesen, brauchen wir immer Musik. Passende Musik, Leute. Viele Menschen haben den Begriff Drachenblut gehört. Wir werden schließlich von den drachengeborenen Kaisern regiert. Doch die wahre Bedeutung des Begriffs wird nicht überall verstanden. Uns vom Orden des Talos liegt das Thema sehr am Herzen. Und in diesem Buch will ich versuchen, die Geschichte und Bedeutung derer zu beleuchten. Die im Laufe der Zeiten als Drachenblut bezeichnet wurden. Bitte lese nicht jedes Buch, das du findest. Aber wie soll ich dann in die Welt eintauchen, wenn ich nicht lesen darf in dem Spiel? Das ist kein Speedrun, Leute. Das ist mein erster Casual Run. Ich werde nicht Speedrunnen. Die meisten Gelehrten sind sich einig, dass der Begriff zum ersten Mal in Verbindung mit dem Pakt von Akatosh verwendet wurde. Als der gesegnete Saint Alessia das Amulett der Könige überreicht und die Drachenfeuer im Tempel des einen zum ersten Mal entzündet wurden. Akatosh, der voller Mitleid und das Elend der Menschen sah, nahm kostbares Blut aus seinem eigenen Herzen und segnete Saint Alessia mit diesem Blut der Drachen und schloss einen Pakt. Solange Alessias Generation dem Drachenblut treu bleiben würde, würde Akatosh dafür sorgen, dass die Tore ins Reich des Vergessenen versiegelt bleiben und ihren Feinden, den Daedra, Liebhabern der Eiladen, der Zugriff auf die Armeen der Daedra und Untoten versagt sein würde. Wer von Akatosh mit dem Drachenblut gesegnet war, wurde einfach Drachenblut genannt. Nice. Du wirst wahrscheinlich noch selbst die Lust am Lesen verlieren. Vielleicht werde ich das doch. Aber lass mich doch genießen, Leute. So bestand die Verbindung zu den Herrschern des Kaiserreichs von Anfang an. Nur ein Drachenblut konnte das Amulett der Könige tragen und die Drachenfeuer entzünden. Alle rechtmäßigen Herrscher des Kaiserreichs waren Drachengeborene. Die Kaiser und Kaiserinnen des von Alessia gegründeten ersten Kyriodilischen Kaiserreichsrehmann Kyriodil und seine Erben und natürlich Tiber Septim und seine Erben bis hin zu unserem derzeitigen Kaiser. Deine Majestät, Pelagius Septim IV. Ist halt nur Kacke, dass man ohne Mods nicht sieht, welche Bücher man schon gelesen hat und welche schon. Oh, das ist doof, ja. Doch wegen dieses Bezugs auf die Kaiser geriet die andere Bedeutung des Drachenbluts aus dem Blickfeld und zum großen Teil in Vergessenheit, außer bei den Gelehrten und jenen von uns, die sich dem Dienst am gesegneten Talos verschrieben haben, der einst Tiber Septim gewesen ist. Nur wenigen ist klar, dass es nicht bloß eine Sache der Vererbung ist, ein Drachenblut zu sein. Ich bin wahrscheinlich ein Drachenblut, oder? Ich muss Drachenblut sein, oder? Ich bin der Protagonist. Da es sich um den Segen von Akatosh selbst handelt, ist es für uns nicht passbar, wie und warum genau er gewährt wurde. Jene, die Kaiser werden und die Drachenfeuer entzünden, sind ganz gewiss Drachgeborene. Der Beweis liegt im Tragen des Amuletts und im Entzünden der Feuer. Doch waren sie von Anfang an ein Drachenblut und aus diesem Grund in der Lage, diese Dinge zu tun? Oder vielleicht bist du Teil des Ohr. Wer sagt denn, dass du der Protagonist bist? Ich spiele ein Spiel. Ich bin der Protagonist. Oder waren ihre Handlungen vielmehr als Zeichen dafür, dass Akatosh ihnen einen Segen gewährte? Wir könnten nur sagen, dass es beides ist und keines von beiden. Ein göttliches Geheimnis. Also wie ich es sehe, bist du ein flüchtiger Verbrecher und nicht mehr. Ja, aber es wird sich herausstellen, dass ich ein Drachengeborener bin. Fuß runter! Bitch, sage ich immer. Die Linie der Septim waren natürlich alles Drachengeborene und das ist einer der Gründe, weshalb die vereinfachende Vorstellung, diese Eigenschaft werde vererbt, sich so verbreitet hat. Aber wir wissen mit Sicherheit, dass die frühen kriotischen Herrscher nicht alle miteinander verwandt waren. Es gibt auch keine Nachweis dafür, dass Rehmann Kreoriodil von Alessia abstammte, auch wenn es viele Legenden gibt, die dies behaupten. Die meisten von ihnen stammen aus der Zeit Rehmanns und sind vermutlich Versuche, seine Herrschaft zu legitimieren. Wir wissen, dass die Klingen, die für gewöhnlich als Leibwache des Kaisers gelten, von den Akaviri-Kreuzrittern abstammen, die Tamriel in den späten ersten Ära aus undurchsichtigen Gründen überfielen. Wie viele Seiten hat er mal so im Buch, Chat? Sie scheinen nach einem Drachenblut gesucht zu haben. Das bestätigen auch die Ereignisse am fahlen Pass. Und die Akaviri waren die ersten, die Rehmann Kreoriodil zum Drachenblut erklärten. Tatsächlich waren es die Akaviri, die am meisten dazu beitrugen, sein Ansehen als Kaiser zu fördern, obwohl Rehmann selbst diesen Titel zu Leibzeiten niemals in Anspruch nahm. Und natürlich gibt es keine bekannte erbliche Verbindung zwischen Tiber Septim und einem der früheren Drachen geborenen Herrscher von Tamriel. Das ist die Special Edition, ja. Es gibt eine Mod für Lesezeichen, so lange sind die Bücher, als ob. Ungeklärt ist auch, ob es jeweils mehr als ein Drachenblut gleichzeitig geben kann. Die Kaiser haben getan, was sie konnten, um gegen diese Vorstellungen anzugehen. Aber die kaiserliche Nachfolge selbst bedeutete natürlich, dass es zumindest zwei oder mehr potenzielle Drachengeborene zu jeder Zeit gibt. Den jeweiligen Herrscher und seinen bzw. seine Erben. Auch die Geschichte der Klingen lässt darauf schließen. Obwohl von ihrer Aktivitäten während des Interregnums zwischen Rehmanns Kaiserreich und dem Aufstieg von Tiber Septim wenig bekannt ist, glauben viele, dass die Klingen in dieser Zeit weiterhin diejenigen suchten und bewachten, von denen sie glaubten, dass sie in Drachenblut sein oder sein könnten. Das scheint eins der kürzeren zu sein, aber ich bin noch gar nicht durch. Alles zusammen waren es, glaube ich, mehrere tausend Seiten. Sick. Also die Storybücher, wie das, was du liest, haben meistens so 20 Seiten Minimum und haben meistens... Und jetzt bei der Klingen in der Klingen in der Klingenstätte, Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Es gibt ein tolles Video, Brain David Gilbert, wo er noch bei Polygon gearbeitet hat. Da hat er jedes Buch in Skyrim gelesen und nach Genre und Spannung eingeordnet. War bestimmt sick für ihn. Ja, why not? Ein bisschen Lesen nebenbei. Irgendwie muss man ja die 5000 Stunden im Spiel vollkriegen, ne? Und unscheinbare Wand? Ja, und das war jetzt eins von 337 Büchern. Bis wir alle haben. Aber ja, das war auch bei Divinity so nervig, dass Bücher nicht markiert sind, die man schon gelesen hat. Und dann haben wir dort halt auch sehr viele Bücher gelesen. Die waren natürlich nicht so lang wie hier jetzt. Aber war dann auch immer nervig. Wenn man halt ein Buch findet und dann fängt man an zu lesen und dann mittendrin stellt man sich die Frage, irgendwie kommt mir das bekannt vor. Habe ich das schon mal gelesen? Ich glaube schon, aber irgendwie auch nicht. Und dann bei jedem zweiten Buch gefühlt immer so dieselben Gedanken. Weil die Bücher sich da halt auch immer wiederholen. Schäbige Robe einfach. Ah, guck mal, der Skelett hat mehr Geld als der andere. Gibt es Mods für? Diese Antwort wirst du öfters hören. Sehr gut. Geld? Leute, wir werden gleich noch reich. Ja, wenn ich hier rauskomme, bin ich reich. Dann kauf mir ein Haus. Wir machen den Get Home and Die Speedrun, Leute. Ich bin der Einzige, der bitte wenig die Bücher liest und die anderen machen derzeit was anderes. Du hast ein Buch gelesen, sie haben schon die ganze Stadt geplündert, alle Quests erledigt und du bist gerade fertig mit deinem Buch. Der Befehl lautet zu warten, bis General Tullius hier ist. Tod dem Kaiserreich! Tod dem Kaiserreich! Da rennen gerade drei Leute auf mich mit Nahkampfwaffen los. Ich hole erstmal meinen Pfeil und Bogen raus! Fucking idiot, ey. Ich habe auch keine Ausdauern, ne, irgendwie. Ich kann einfach spammen. Kann ich klettern? Komm, spring doch! Wieso springt er nicht? Glückstreffer! Ah, Flanke! Äh, Hinterhalt! Äh, Stealthmeister! Wieso stirbt er nicht? Ja, von hinten mit dem Pfeil und Bogen, Alter. Was ein Ehrenmann. Er stand zehn Zentimeter hinter ihm und hat ihm einen Pfeil in den Rücken geschossen. Geiler Typ einfach. Ich habe gestern übrigens herausgefunden, dass ich mit dem Xbox Game Pass die Spiele auch für Cloud Streaming auf meinem Handy spielen kann. Johannes, wo warst du die letzten Monate? Ich rede fast in jedem Stream über Game Pass. Was ist los mit dir? Kann Schlagen gedrückt halten. Ach, da unten! Ah, Ausdauer niedrig. Deine Ausdauer ist niedrig. Dadurch kannst du nicht mehr sprinten. Ich trinke einen Trank. Okay. Ich kann auch klettern. Kann ich das? Okay. Aber nur mit einer Mod, oder? Oh nein, Gandalf hat uns gerettet. Das mit dem Handy weiß ich jetzt seit gestern. Ja, das mit dem Handy gibt es schon seit über einem Jahr. Und jetzt seit ein paar Monaten auch für PC. Nee, wann brauchst du eine Mod zum Laufen? Aber wie sprint ich denn ab? Ah, hier, alt. Man sprintet mit alter... Oh, Spinnen! Jo, Spinnen! Warte, ich hole jetzt aus. Warte, ich habe keine Ausdauer. Spinnen! Wo sind meine Kameradinnen? Diese Finish-Animation. Ich hasse diese verdammten Biest-Animation. Du hast doch echt mitgemacht. Frost bis Gift. Ich habe keinen Platz. Ich habe viel zu viele Augen. Ich hätte lieber Drachen getötet. Wie geht es mit den Arachnophoben und den Leuten im Chat hier? Spinnenei. Oha. Habe ich da eine Minispinne dabei? Die dann für mich kämpft? Hier entlang. Ich hasse alles über diese Kackviecher. Das war so funny bei... Als wir Monster Hunter Rise gespielt haben und ich dann irgendwann random auf die Idee kam von wegen Wieso gibt es eigentlich in Monster Hunter eigentlich keine Spinnen als Monster? Ein paar Stunden später stehen wir da und kämpft gegen eine riesige Spinne. Bären? Ja, ich aber... Erfünft. Was zu schleichen, Junge? Bärenpelz. Ich habe auch was mitgenommen, Scheiße. Warte, ich muss was wegwerfen. Nein. Ein bisschen was essen. So. Welche Rasse spielst du eigentlich? Ich bin eine geile Echse. Ein Argonier. Es gibt eine Arachnophobie-Mod. Da haben die einfach das Modell von den Wachen auf die Spinnen gepackt und lassen die Meme-Sprüche rufen. Sehr gut. Nerskila zufällig? Nee. Irgendwie Rack-Agnakadak oder so. Kack-Naragadak. Ich weiß nicht, ob es vorreißt, dass es die Spinnen auch noch woanders gab. Kack-Radak-Nadak. Ak-Radak-Nakak. Das scheint der Weg nach dem Wachen zu sein. Ich musste. Wir würden es schaffen. Nack. Rack-Nakadaki. Überlebensmodus. Im Überlebensmodus ist notwendig, zu essen, zu schlafen und sich warm zu halten. Dieser Modus enthält außerdem zusätzliche Herausforderungen. Schnelles. Reisen ist nicht möglich. Deine Tragfähigkeit ist verringert. Und Stufenaufstieg sind nur möglich, wenn du schläfst. Im Eintrag Überlebensmodus unter Hilfe befindest du. Ist das eine coole Erfahrung, Leute? Mit dem Überlebensmodus zu spielen? Ist keine coole Erfahrung. Wartet. Ist das schon der Breath of the Wild-Moment, Leute? Oder kommt er noch? Sieht so aus, als wäre es diesmal für immer. Wir wissen nicht, ob sonst noch jemand lebend rausgekommen ist. Aber hier wird es bald von kaiserlichen Wimmeln. Wir verschwinden besser. Meine Schwester Gerdur führt die Mühle in Flusswald, gleich die Straße hoch. Kannst du lauter reden? Ja, dann hau rein, wa? Wir sehen uns. Ich erlebe jetzt ein Abenteuer. Ach so, wenn ich in eine Hocke gehe, dann kommt das Auge. Ich dachte, wenn ich gehe, ist das Schleichen. Aber man schleicht mit STRG, ne? Nicht mit Shift. Okay, wir brauchen erst den Breath of the Wild-Moment, bevor es losgeht, Leute. Das ist ein Abenteuer. Sick. Wo kann ich einen Driftlon fangen? War schon Skyrim eines dieser Spiele, nee, nicht schon, sondern noch. War Skyrim noch eines dieser Spiele, wo geflext wurde mit Wir haben 200 Milliarden Quadratkilometer. Ist das schon so? Ist es noch eines dieser Spiele gewesen? Ja, war es, okay. Sehr gut. Ich will da ganz hoch. Also alles, was ich sehe, kann ich überall hin, oder? Kann ich theoretisch da ganz oben auf dem Berg? Machen die doch immer noch. Ja, es war halt eine Zeit, wo halt jeder das gemacht hatte. Mittlerweile ist das ja ein bisschen zurückgegangen. Und Leute sind nicht mehr ganz so geil auf diese Zahlen. Weil dann sagen mal, oh, dann ist die Welt bestimmt leer und langweilig. Kannst du, ne? Und das war ja eine Zeit lang so, keine Ahnung, so 2008, 2012, so in der Zeit rum, gefühlt, jedes Spiel hat damit geflext, so. Unsere Welt hat drei Milliarden Bäume. Unsere Welt hat fünf Millionen Quadratkilometer, die du erkunden kannst. Im Prolog. Ich will dich töten und grillen! Bleib stehen, du wilde Bestie! Okay, darfst du leben. Stufenaufstieg möglich. Neue Stufe. Wenn du in der Stufe aufsteigst, musst du dich entscheiden, wo du deine Gesundheit, Magika oder Ausdauer erhöhen möchtest. Außerdem kannst du ein neues Talent auswählen oder dies zu einem späteren Zeitpunkt tun. Verfügbare Talente werden in den Sternbildern hervorgehoben. Okay, ich kann jetzt Gesundheit, Ausdauer oder... Ausdauer. Talente verbessern, Beschwörung, Zerstörung. Die Schule der Zerstörung befasst die Kontrolle von Feuer, Frost und Blitzen. Schmiedekunst, schwere Rüstung, Blocken, zweihändig, einhändig. Aber... Moment. Talente zu verbessern. Eins. Moment. Ah, scheiße. Also ich kann jetzt überall rein, wo ich will. Auch wenn ich jetzt noch gar keinen Feuerzauber habe, könnte ich trotzdem jetzt auch Feuer skillen? Könntest du? Okay. Jetzt haben wir hier bei... Einhandwaffen versuchen 20% mehr Schaden. Angriffe mit 2 Waffen sind 20% schneller. Kampfhaltung. Mächtige Angriffe mit Einhandwaffen verbrauchen weniger Ausdauer. Ich muss ja erstmal hier rein, ne? Äh, äh. Nein, nein. Einhändig. Yeah. Yeah. Jetzt bin ich super stark. Hä? Was hat denn ein Milchtrinker wie ihr hier draußen zu suchen? Milchtrinker? Hat er mich provoziert? Was hat denn ein Milchtrinker wie ihr hier draußen zu suchen? Geht heim zu eurer Mutter. Ihr solltet nicht so mit mir reden, ja. Warum? Was wollt ihr denn tun? In Tränen ausbrechen? Lass das sofort. Hör zu, ich möchte keine Probleme haben. Lass das. Das werdet ihr bereuen. Wie? Das werdet ihr bereuen? Wenn es nie mehr kommen sollen. Das war knapp. Das war knapp. Ich habe bessere, weniger schneller verwundet. Warte. Wir holen aus. Ein Niemand tötet dich. Was hältst du davon, hä? Tja, Pazifisten-Run ist vorbei, Leute. Gold, Eisenerz, Silberbarren, Zaubertrank. Okay, da muss ich gleich wieder was wegwerfen, Leute. Fucking Milchtrinker. Ich bin kein Milchtrinker. Ich bin ein Bluttrinker. Ich trinke das Blut meiner Feinde. Hier, das Schild ist besser als meins. Okay, dann möchte ich irgendwas wegwerfen. Boah, ich habe so viel, ne? Fallen lassen. Fallen lassen. Fallen lassen, fallen lassen, fallen lassen. So, ich bin wieder safe. Warum hast du keine Tragetaschen? Ich kann noch keine craften. Imagine, da kommt ein Typ mit Rüstung, Keule und Schild auf dich. Und das Erste, was du machst, ist ihn erstmal beleidigen. Was für ein Vollidiot musst du sein. Ich meine, wenn du wenigstens in der Gruppe bist, okay. Aber alleine? Was für ein Vollidiot. Und Sabiado, Dankeschön für drei Monate. Vor allem wusste er halt nicht mal, dass ich ein Dachenblut bin, ne? Das Ding wie knapp 40 Kilo und ist bestimmt auch 40 Goldmünzen wert. Kann ich hier was verkaufen? Nachdem ich das aufgebrochen habe. Na? Na? Komischer Laden, wo man erst einbrechen muss. Guten Tag. Kann ich hier was verkaufen? Hat jemand gesprochen? Nach unten. Ah! Das ist ein Bandit. Niemand schlägt einen Ork. Niemand schlägt einen Ork. Was redest du da? Ich bin fucking Drachenblut. Ich bin ein Agonier. Der hat aber eine sicke Axt. Gold. So, ich muss wieder was wegwerfen. Ja, diese Rüstung, die kostet halt 100, ne? Die ist nice. Habe ich Waffen zum Wegwerfen? Die wiegen bestimmt auch alle ein bisschen was, ne? Hier. Ich habe davon vier Schwerter. So. Ähm. Da. Eisenstreit-Axt. Äh! Stehlen. Ich bin kein Dieb. Obwohl, Gold. Also habe ich gerade einen Banditen auf frischer Tat ertappt, wie er jemanden ausraubt. Und raube jetzt selber aus. Ich bin ein Held, Leute. Gleich kommt jemand. Oh, da ist ein Helm. Fuck. Ich wollte eigentlich nicht stehlen, aber dieser Helm. Das ist der Doverkin-Helm. Scheiße. Ja, als Belohnung nehme ich das mit, okay? Ich sehe das als Belohnung an, Leute. Ich sehe das als Belohnung an, weil ich den Banditen umgebracht habe. Yeah. So, okay. Wenn jemand hier nach Hause kommt und feststellt, oh nein, da liegt eine Leiche in meinem Haus. Ist er hier wohl eingebrochen? Er sieht aus wie ein Bandit. Wer hat, welcher irrenumworbener Ritter hat denn mir hier mein Heim und Gut beschützt und mich gerettet vor einer kompletten Plage der Armseligkeit, weiterhin zu leben? Und dann hat er gesehen, dass der Helm weg ist. Dann dachte ich, okay, er hat einen Helm als Belohnung mitgenommen. Hallo? Wieso wird ich angegriffen? Das ist doch ein Bandit. Boots. 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 Mein Leben wird kümmern, fähre ich gleich. Sprinten. Ja, schon. Alter. Alter. Weg mit ihr. Jagdbogen. Hier ist ein neuer Bogen. Nehmt mit. Ein paar Pfeile noch mitnehmen. Hat er noch ein paar Pfeile? Ein paar Gold. So. Du realisierst schon, dass das gerade so eine Situation wie bei der Karawane in Witcher 3 ist? Ich habe Witcher 3 nicht gespielt. Ich habe keine Ahnung, von welcher Karawane du redest. Ich habe nur bis zu dem Greif gespielt. An der Stelle von dem Helm liegt eine kurze Notiz, unterschrieben von Wildsterben, ja. Gute Falle. Hat fast funktioniert. Hat fast funktioniert. Ich habe noch mal Glück gehabt. Kaiserliche Angelegenheiten. Geht weiter. Ich bin auch kaiserlicher Soldat. Hast du mal eine Rüstung gesehen, Bruh? Fast gestorben, ja. Ich warne euch, Bürger. Ihr mischt euch in Angelegenheiten des Kaiserreiches ein. Kaiserliche Angelegenheiten. Ich habe doch gar nichts gemacht. Geht weiter. Hast du Waffe wahrscheinlich weggepackt, ne? Kaiserliche Angelegenheiten. Geht weiter. Brauchst du Hilfe? Ich war auch einer von ihm, Leute. Wieso block ich nicht? Ich wollte wegspinnen. Ich sterbe. Gesundheit niedrig. Ja, ich habe noch Heiltränke. Und nicht den anderen. Der schießt mich mit Pfeilen an. Wieso greifst du mich an? Ich befreie dich gerade. Ich bin ein Held. Hä? Oh, da hin. Ja, passiert halt mal, dass man aus Versehen jemanden trifft. Ich meine, ich habe eine riesige Axt, Mann. Was will er? Kaiserlicher Bogen. Mein Gott. Ich wollte nur helfen, Mann. Gold. Gold. Und Salia, hey. Ich habe Skyrim auch noch nicht gespielt. Wie ist es bisher so? Ah, interessant. Und Dankeschön für elf Monate, Mann. Hier ist der andere. Geld? Geld. Der will nicht geschlagen werden. Ja, aber das passiert mal im Krieg. Okay. Ich packe meinen Bogen weg. Kann ich auch irgendwie mehrere Waffen gleichzeitig tragen? Oder muss ich jedes Mal ins Menü reingehen? Zwischendurch mal speichern, ne? Kannst du favorisieren. Aber ich muss trotzdem jedes Mal ins Menü rein, wenn ich eine Waffe wechseln will, ne? Du kannst die Waffen als Favoriten markieren und das Menü dazu mit Q öffnen. Bei mir kommt kein Menü mit Q. Äh soll ich drücken? Wo ist ein Äh? Äh, kommt auch nichts. Eins, zwei, drei. Ich muss erst favorisieren, damit das Menü überhaupt sich öffnet. Favoriten hinzufügen. Da, jetzt wird das erklärt mit dem Q. Und natürlich mache ich auch noch den Bogen. Favorit. So, und jetzt? Cool. Ah, okay. Ah, okay. Ja, hier auf jeden Fall im Westen ist irgendwie etwas, ob das irgendwie ein Dungeon ist oder irgendwie ein Gebäude ist. I don't know. Wir gehen einfach mal da hin. Da ist jemand. Wir wissen nicht, Freund oder Feind. Wir gehen erst mal in Deckung, okay? Okay. 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 Ich glaube, die haben mich gesehen. Jungs, was ist eure Mission? Stadthalter der Tamalor. Ihr mischt euch in offizielle Angelegenheiten der Talmor ein. Talmor. Das waren Dunkelelfen, oder? Ich bin ein Stadthalter der Talmor in wichtigen Angelegenheiten, in die ihr euch einmischt. Wer sind die Talmor? Wir sind Sondergesandte des Altmeri-Bundes. Der rechtmäßigen Herrscher von Tamriel. Wenn ihr wollt, dann kann ich euch zeigen, warum. Wenn ihr schlau seid, dann geht ihr. Hä, ich wollte... Haben alle Talmor so eine hohe Meinung von sich? Nehmt diesen Mann zur Befragung mit. Hä? Achso. Er weiß von einem Kult des Talos. Er wird uns erzählen, was wir wissen müssen oder sterben. Er hat die Wahl. Jetzt geht mir aus dem Weg. Oder vielleicht gibt es etwas, was ihr gerne gestehen möchtet. Ich kann jeden verehren, den ich will. Ihr habt mich. Ich glaube an Talos. Schweigen. Ich kann euch nicht leiden. Ich glaube, ihr seid ein Ketzer. Hey. Und so werdet ihr den Tod eines Ketzer. Hey. Ihr seid tot. Why? Okay. Hey. Was geht ab, Jungs? Was macht ihr hier so? Was ist eure Aufgabe? Du bist ein Ketzer! Feuerblitze überall, Alter. What the fuck? Junge, ich habe doch nichts gemacht. Ich wollte nur kurz quatschen. Ich wollte nicht mal angreifen. Ich wollte einfach noch ein bisschen quatschen. Favorit. Und Favorit. Hey, Anna. Was geht ab? Ja, ich hätte wahrscheinlich sagen sollen, hier, ich glaube an Talos, und dann wären sie cool mit mir geblieben, oder? Ja, wie es aussieht, die vielleicht nicht provozieren. Die sehen ein bisschen gefährlich aus mit ihren Blitzen und Feuern und so. Die sahen aber auch schon von den Rüstungen her aus ein bisschen krasser und pompöser als die anderen. Ach, die jagen die Talos-Anbieter. Ups. Morgen. Moment, ist jetzt jemand anderes. Wächter von Stendal. Die Gnade von Stendal. Ihr sprecht mit einem Wächter von Stendal. Ja, unser Orden wurde nach der Oblivion-Krise gegründet. Wir widmen unser Leben dem Kampf gegen die Daedrische Bedrohung, wo immer sie auch in Erscheinung treten mag. Weil der Parser ist noch an. Unsere Ordensvertretung ist in der Halle der Wachsamkeit einquartiert und wird von Bewahrerin Kassett angeführt. Je nach Bedarf sorgen wir für Heilung und Gerechtigkeit. Das sind die Guten, Leute. Das sind die Guten. Und alle anderen Abscheulichkeiten, die Jagd auf die Sterblichen machen. Vampire, Wehrwölfe, Hexen. Aber die Daedra sind am schlimmsten. Ihre kalte Verachtung unseres Lebens ist dem Gott der Gnade zuwider. Er ist der Gott der Gnade. Tamriels Schutzherr der Ordnung und der Gerechtigkeit. Wir bringen seine Barmherzigkeit an Orte, die keine Barmherzigkeit kennen, indem wir all jene läutern, die seine Kinder verletzen würden. Okay. Dann geht mit Gott. Geht mit Gott, meine Freunde. Geht mit Gott. Wir sehen uns. Okay. Für die sind alles, was kein Mensch ist, zu töten. Ja, Vampire und Wehrwölfe sind dann nun mal halt gefährlich für die Menschen. Die greifen die Menschen an und töten sie, weil sie von diesen Menschen leben. Deshalb müssen wir die ja auch auslöschen aus dieser Welt. Ich weiß nicht mal, wieso ich die verdient habe. Was hast du verdient? Die Regenbogenwünsche. Achso, ja, weil du drei Jahre gesuppt hast. Vampire und Wehrwölfe, bin ich bei Twilight oder was? Apro to Twilight, Leute. Es kommt ein neuer. Jetzt bin ich angekommen. Es kommt ein neuer Batman-Film, wo einfach Robert Pattinson der Spider-Man, äh, Spider-Man, der Batman ist. Also der Edward von Twilight. Oder halt Cedric, äh, Cedric, äh, nee. Cedric, äh, wie heißt es? Cedric, äh, Cedric, äh, aus Harry Potter. Er ist einfach Batman. Cedric Diggory, genau. Okay, hier ist irgendein Grab, Leute. Er ist einfach Batman. Okay, was geht hier ab? Nee, nicht Daniel Radcliffe. Robert Pattinson. Pat Pattinson, oder wie er heißt. Was zum Fick geht hier ab? Kann ich hier die komplette Transzendenz erreichen? Oh, Dietrich. Gold. Stahl-Kriegs-Axt. Die soll gut sein. Hä? Ich krieg Schaden, glaub ich. Ist das wegen dem Zeug hier? Ha, das ist ein Jump'n'Run oder so, Leute. Agrius Tagebuch und ein Schlüssel zu Haldris Gruft. Okay, Leute, let's go. Hätte nie gedacht, dass ich den Tag erleben würde, an dem man uns aus der Bande der vorgehaltenen Messer verstoßen würde. Zumindest müsste der Sturm unsere Spuren verwischen. Wittgrott, Rhein und ich haben für die Nachtzuflucht in einer Höhle gesucht. Hier scheint es eine alte Ruine zu geben. Wenigstens sind hier keine Dra-Dra-Draugr. Wie viele Seiten? Okay, gibt's nicht so viele Seiten. Wittgrott und Rhein wollen sich beide für eine Weile hier niederlassen und vielleicht ein paar Leute überfallen. Das sollten sie doch besser wissen. Die Straße ist verlassen, besonders zu dieser Jahreszeit. Oben im Norden gibt es viel bessere Orte, aber sie scheinen wild entschlossen hier zu bleiben. Wollten mir nicht mal helfen, als ich heute auf die Jagd ging. Irgendwas stimmt hier nicht. Rhein hat kein Wort gesprochen, seit sie heute Morgen aufgewacht ist und starrt immer nur leer vor sich hin. Wittgrott ist auch nicht viel besser dran. Sind sie krank? Von so einer Krankheit habe ich noch nie gehört. Ich würde ja von ihnen weggehen, aber ich kann mich einfach nicht aufraffen. Mir ist, als würde mich etwas zurückhalten. Was ist das doch für ein Ort? Wir sind nicht allein. Ich kann ihn jetzt hören. Jemand, der in meinem Kopf spricht. Alt, mächtig, heil dir, so heißt er. Er will etwas von uns, braucht uns, damit die Magie funktioniert. Ich habe versucht wegzulaufen, kann aber nicht. Genau wie sie. Rhein ist zuerst gesprungen, auf das Grab. Das ist es, was der Meister will. Blut, Opfer, die Macht wieder zu leben. Seine Magie zu spüren, wie sie in meinem Blut pulsiert. Er schwächt uns. Bald werden wir ihm dienen, unsere Körper, unsere Seele. Genau wie die anderen. Sie warten. Nun bin ich an der Reihe. Draugr sind doch diese Zombies, oder? Ich habe keine Ahnung, was Draugr sind. Aber rein da, Leute. Ich habe was gehört von irgendwelchen Viechern, die meinen Mind kontrollieren und mich als Opfer benutzen wollen. Ich bin dabei. Wenn man F hält, dann geht man auch in Third Person. Okay, ich kann nicht mehr. Leute, ich kann nicht mehr in First Person gehen. Ah, jetzt. Ich wollte kurz auf die Axt wechseln. Ich glaube, hier Einbalsamierungswerkzeug. Ich sollte, glaube ich, hier eher eine Nahkampfwaffe benutzen, wenn hier gleich Gegner kommen. Ich habe keinen, ich habe keinen, Leute. Ich habe keinen, ah, fuck. Ich habe keinen Wanderflug. Ich habe ihn. Eisenrüstung. Besser als meine Panzerhandschuhe. Eisenstiefel. Okay, wir haben neue Rüstung, Leute. Ich trage wieder ein bisschen zu viel. Hä, ich habe doch gerade weggeworfen. Achso, ich habe es aus dem als Favorit gemacht. Ich will das wegwerfen. Achso, ich hatte zwei. Draugur sind aus der nordischen Mythologie. Das sind Krieger. Ich habe gar keine Rüstung an. Ich habe doch. Ja, was? Ups. Ups. Da war ich kurz nackt. So, jetzt habe ich wieder Rüstung an. Amethyst. Ja, 100 wert. 150. Schaufel. Wein. Eisenpfeiler. Ja, nimm mit. Es sind Krieger, die gestorben sind, aber keinen ehrenvollen Tod. Und deswegen sind sie nicht nach Valhalla gekommen. Ah. Ah. Ich will wieder reden. Sorry. Mann, ich dachte, du bist ein Gegner. Ich hätte mit ihm reden können. Ah. Ah. Ich bin immer so aggressiv. Ja, er... Er stand halt da. Der Laden gehört jetzt mir. Bei Highland PC steht reden, wenn sie noch nicht geaggro'd sind. Ja, ich denke mal... Also deshalb... Ja, ich wollte deshalb halt mit ihm reden. Aber dann habe ich aus Versehen direkt geschlagen, weil Panik, Alter, ist ein Gegner. Angreifen. Winziger Seelenstein. Okay. Kann ich jetzt auch jemanden... Jemandens Seele. Der geht direkt in den Aggro. Jetzt habe ich wahrscheinlich deren König gerade getötet. Neue Waffe. Ich habe deren König gerade getötet. Jetzt sind ja alle wütend auf mich. Ne, warte. Fuck. Äh, wo ist denn die? Da. Hä? Falsche Waffen? Jetzt kommt der Tod. Ah, ich hole ihn. Da ist der Hammer. Langsamste Waffe. Aber geiler Damage. One Hit. Hat nochmal Glück gehabt. Ja, 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 ja. Wein. Oh, kann ich mit dir reden? Draugr. Das ist einer von denen. Hier sind da mehrere. Oh. Was? Ah, hä? Ich war low life? Oh. Ich war low life. Oder waren die einfach so extrem stark? Die Gegner davor waren ja alle recht easy So, jetzt Die Boys wieder Direkt rein da Auf jeden Fall wildes Kampfsystem So Jetzt habe ich ihn So, jetzt reden Geht gar nicht Ich habe reden gemacht Er hat gesagt Ihr gehört mir Hab mich direkt angegriffen Kriege ich, check dich Dass ich One-Hit bin Ich war One-Hit? So viel Damage haben die gemacht? So, bevor ich da jetzt gehe Guck ich mal Ne, hier war ich ja Najala Dankeschön Für 20 Monate Oha, da war eine Falle Ich bin ja in einem richtig wilden Dungeon unterwegs Nichts, Leute Eine Heilung Sehr gut Nein, da war es nur Für gut eine Minute Auf 10 HP in dem Kampf Ah, okay Oha, okay Yo, da hat er extrem viel Schaden gemacht Jetzt kommt er tot Ja, ich weiß nicht Die Achse ist stärker Ja, aber Irgendwie ist die halt echt langsam Echt, meine Lebensanzeige ist mitten auf dem Bildschirm Kannst du mir einen Screenshot schicken Wo ich sehen kann, wo die ist Nice Einfach jetzt Jetzt weiß ich ja Ob der hat noch eine Axt Axt Ist wieder geil Äh 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 Wow Äh 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 Schon wieder tot Äh Jetzt war ich dich Es kam nur noch irgendwo einer Es waren noch drei, oder? Okay Kultus-Animation Und Froscher Hey Danke für 25 Monate Vielen, vielen Dank Alter Nordstreitkolben Einhändig spielen Oh Eisenkriegshammer Aber ich bin halt eher so der Exe-Typ Ich hätte gerne eine starke Einhand-Axt, Alter Das wäre sick Das wäre sick Dass ich das teilweise schon einfach ausblende Ähm Ähm Hä Ich wollte es lesen Bücher Zauberbuch Zauberbuch Skyrim 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 Du hast mich angelogen Ein Tag Ein Tag Flammen Stufen Stufe Novize Funken Heilende Haut Und eine Heilung Und eine Heilung Passiv Ist das passiv Ist das dann immer Immer an Oder was Du müsstest so wie Poppy Französisch sagen Oh Wieso ist raus Teilen eigentlich so gefährlich in Skyrim Ist glaube ich in allen Western-RPGs Die älter sind als zehn Jahre Aber wie benutze ich jetzt den Spell Muss ich das auch auf meinen Q legen oder was Quasi Auf Favorit ne auch Heilung Okay So Jetzt kann ich mich heilen Ja Es ist es da Okay Sehr gut Wenn was ist Kann ich mich jetzt heilen Heilende Haut Ist die Fähigkeit Der Agonia Y Alter Let's go 17 Schaden Eisen Also Zweihänder Ha Probieren wir mal ein Zweihandschwert aus Die sind auch ganz cool Ähm Da Aber ja Hier ist jetzt erstmal zu Ich hab hier jetzt ein Buch gefunden Äh Mit einem neuen Spell Die Tür ist zu Ich weiß nicht ob irgendwie von anderen Seite was aufmachen kann Hier scheint aber kein Hebel zu sein Muss ich mich vielleicht auf den Thron setzen Da ist dann so ein Arschknopf Hier Ich hab ne Hebel gefunden Oha Sogar ohne den Guide von Chad einfach was selber geschafft Als ob ich Videospiele spielen kann Geldbeutel Der gute Arschknopf Ja so ein Sitzknopf halt Du musst dich draufsetzen Gewicht Schlange Fisch Vogel Okay Rätsel Okay das war glaube ich nicht richtig Gegner Bestimmt hast du Spiele Tipps auf dem zweiten Monitor auf Kupfer Diade mit Onyx Hallo Ich will die Kamera drin Jetzt seh ich sick aus Aber leider hat das keine Rüstungswerte Und ich kriege Pferd aufs Maul Und da ist immer halt noch der Skyrim Helm Den muss ich tragen Äh Ja ich muss aber was wegwerfen Der ist halt gut was wert Äh Ja ich kann so ein paar Stiefel wegwerfen Und hier nochmal die Rüstung wegwerfen Hatte ich nicht eine andere Rüstung gefunden gehabt Ach stimmt ich bin gestorben Hab vergessen sie nochmal aufzuheben Droppen die dir auch die Rüstung? Ne ne Scheiß ich hab sie nicht aufgehoben Das war ganz am Anfang einer der Typen Aber hier Dietrich Naja was soll's So Okay Oh Hier ist ein Gegner 100 Spielstunden Und dann noch den Äh Den Willow Helm vom Anfang Ja den muss ich immer tragen Das ist jetzt der Skyrim Helm Guck mal Hier sind Schlangensymbole Was ist das hier? Eisen Streitkolben Hier sind Schlangensymbole Hier sind Fischsymbole Gerade ist auf Vogel aktiviert Wo ist Vogelsymbol? Hier ist Vogelsymbol Jetzt auf Schlange Passiert jetzt hier was cooles? Ich drück mal nochmal den Hebel Moment hier sind mehrere von denen Moment hier Ist Fisch Wir machen Fisch Hier sind Schlangen Also machen wir hier ne Schlange Und hier Ist Vogel Also machen wir hier Vogel Und jetzt den Hebel Yeah Leute Ohne Guide Ohne Spieletipps Viel zu clever Ah Ah Falsche Richtung Was so knapp Ah Falsch Schlossstufe Adept Oh Leute Das ist ne schwere Kiste Leute 28 Gold Das ist derselbe Helm Der ich habe Der Skyrim Helm Magikertränke Okay Kann ich irgendwie sehen Wie viel Leben ich gerade habe In dem Menü Voll Okay So Tür ist offen Let's go Kann ich schwimmen gehen? Agonier hat denn doch unendlich Wasser oder? Äh Atmung Irgendwie sowas Wasser ist mein Element Dafür haben sich die Dietriche gelohnt Ja erstmal im nächsten Dorf 28 Gold für Dietriche ausgeben Ihr seid hier nicht Ihr seid hier nicht Ihr seid hier Ihr seid hier Ihr seid hier Nicht will Will Ihr seid hier nicht Will Kommen So hat der mir die Rüstung gegeben Hier Eisenrüstung Eisenstiefel Eisenpanzerhandschuhe Genau der hat mir das gegeben Damit bin ich jetzt der Vollkommene Skyrim Typ wieder Eisenstiefel Eisenrüstung Eisenpanzerhandschuhe Ja Dann kann das hier weg So Ich sollte mal wieder speichern So Wo kam ich her? Äh Von hier glaube ich Agonier hat unendlich Wasser Die können ja Atmen Für immer unter Wasser Ja okay Chill Oh nein Leute Ich bin geschadet Ich muss Ich muss mich heilen Ich muss Ich muss mich heilen Leute So Ach man muss heilen Ich habe mich geheilt Gold Gold Ich brenne Achso Eine Falle Ähm Scheiße Achso okay Geht wieder aus Voll aufregend oder Chat Dieser Dungeon Was können wir hier Wollt für Schätze finden Moment bin ich schon durch Ja Was war das In Film Ja Der größte Schatz Ist links im Bild Das hast du nicht gesagt Ich freue mich auf den nächsten Skyrim Helm Ah hier Hier ist der finale Endboss Leute Speichern Ich bin Moment, das ist Skyrim, man muss in die Knie schießen. Shit, der macht jetzt einen super Angriff. Scheiße, ich bin am sterben. Ich muss in den Nahkampf. Eiszapfen hat meinen Dick getroffen. So ein intenser Kampf. Okay, ich geh mal rein. Okay, ich mach damit auch nicht wirklich viel Schaden. Er kann durch die Wände schießen. Okay. 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 Vielleicht ist Blitze seine Schwäche, weil ich habe ja hier Blitz bekommen in dem Dungeon. Jo. Könnte sein, dass du unterlevelt bist hier. Wird wohl so sein. Entweder gibt es hier einen Trick oder ja, ich bin ultra weak. Er heilt sich aber auch einmal im Kampf voll. Vielleicht hat der Stuhl den Arschknopf, Leute. Was ist hier? Goldene Halskette. Eisenstreit-Axt. Oh, neue Handschuhe. Das ist eine einhändige Axt. 18 Schaden. Ich nehme mal mit. Irgendeine sicke Trommel. Ich komme gleich wieder. Äh, wo ist denn die? Eisenstreit-Axt. Hier, das ist ein Einhänder, ne? Dann nehme ich mir noch ein Schild. Und... Ne, der ist besser. Und dann habe ich gerade noch neue Handschuhe gefunden. Hier. Okay, ähm... Hä, wo ist meine Waffe? Ist das doch eine Zweihand-Waffe? Das ist doch eine Zweihand-Waffe, ne? Scheiße. Eisendolch? Eisendolch? Ja, wie soll ich gegen den jetzt vernünftig kämpfen? Nein, wieso bin ich wieder... Nein, wieso bin ich wieder... Der wird halt einmal im Kampf irgendwie wieder vollgeheilt. Vielleicht wird der immer wieder vollgeheilt, wenn man zu wenig Damage macht. Unendlich Pfeile habe ich halt auch nicht, ne? Da. Jetzt macht der Bum. Und dann steht er jetzt hier. Und er hat da wieder volles Leben. Ach, es sind zwei, drei... 25! Äh, ja... Ich habe leider auch keine Pickaxe, um mich hier auszugraben. Tier, ja, Leute. Softlock? Obwohl, ich... Wahrscheinlich kann ich zu den automatischen Speichern nochmal zurückkehren, ne? Klickshammer. Ja, weil ich ja hier gespeichert habe jetzt hier drin. Deshalb Softlock. Ja! 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 Besteht was über Heil-Dir bei den Spieletipps? Müsste ich mal nachschauen. Was wir noch versuchen könnten ist... Ähm... Das macht ja gar keinen Schaden. Das... Das Blitz macht ja gar keinen Schaden. Blitz macht ja keinen Schaden. Ich habe es halt hier gedroppt bekommen. Den Funken. Also dachte ich, das ist vielleicht irgendwie eine... So eine Schwäche oder so. Diese Reichweite, oh mein Gott. Ja! Ich denke mal, ich muss laden, oder? Einfach drauf, da! Dieser fucking Eis-Pickel! Ne, abhauen kann ich nicht. Das Tor hinter mir ist zu. Ja, ich kann auch leveln, aber ich denke mal nicht, dass ein Level mich jetzt unsterblich machen wird. Oder ist das Level hier so strong in dem Spiel? Ich konnte sogar zweimal leveln. Okay, vielleicht bringt das was? Das kommt halt der Shit. Ich habe gewonnen. Durchgekehrt. Jetzt kommt halt der Shit. Ich weiß halt nicht, ob die verschwinden, wenn man die trifft. Ja, die, okay, die haben viel weniger Leben. Die haben viel weniger Leben. Aber das Doofe ist halt, ich kann mich halt auch nicht wirklich verstecken. Weil die schießen durch alles durch. Ja, Mann, ich bin mich gerade am heilen Schildern. Mein Gott. Habe ich gerade zu viel? Ne, ich trage gerade nicht viel. Wieso bin ich so langsam? Doch, wie viel Schaden der macht! Da ist er. Das ist noch ein Dubel. Wie viel Dubel hat er denn? Okay, er ist wieder da, oder? Ja, das ist er. Nein, bitte nicht. Bitte nicht. Wieso haltet ihr den nicht? Ich hätte genug Mana gehabt. Wieso hat er nicht geheilt? Ich habe gehalten. Ja, Zauber ist unfair. Zauber ist fucking unfair. Ich habe es nicht. Ich habe ihn aber auch nicht. Ja, ist doch gut. Dieses Tutorial, man. Ja, der Try ist glaube ich nicht so gut. Den abspeichern weiß ich nicht, ob das sich lohnen würde. Gibt es noch einen, Dubl? Nee, ne? Das war's. Nein, nichts Feuer. Boom! Ah! Was, du bist zu früh hier. Erzähl, du bist zu früh hier. Easy. Weggeknüppelt, Mann. Den Jungen. Niemand kann über Gedankenkontrolle, über meinen Verstand zaubern. Jo, wie viel zu teuer der ist. Flammen. Flammen. Alte Nordkriegs-Axt des Frosts. Das Ziel erleitet 10 Punkte Frostschaden auf Gesundheit und Ausdauer. Mega geil! Moment, ich kann es nochmal mitnehmen. Achso, das ist sein. Okay. Äh, ich muss kurz was wegwerfen. Hier so ein, so ein Shit hier. Oh, nicht. Oh. So. Und jetzt will ich, wo ist die neue Waffe? Hier. Ja, jetzt sind wir wirklich der richtige, ähm, Skyrim-Mann. Jetzt bin ich ein richtiger Skyrim-Mann, Leute. Ich hab die A-Achse, äh, die A-Achse. Ich hab die Skyrim-Rüstung. Ich hab das Skyrim-Shield. Ich bin Skyrim. Gamer-Legende. Muss ehrlich sagen, dass ich nicht gedacht hätte, dass du den schon schaffst. Ja, ich bin halt ein, äh, hier und da vielleicht doch gar nicht mehr so ein schlechter Gamer. Aber ja, so schwer war es jetzt auch nicht. Ich musste einfach nur Heilung benutzen. Einfach meine Items benutzen. Ähm, ich hatte noch Bücher. So, jetzt Flammen. Du kennst bereits Flammen, oh. Macht das, äh, Game Spaß, by the way? Ja, bisher ist ganz funny. Also, das Kampfsystem ist, äh, interessant. Äh, Kampfsystem ist interessant, aber, ja. Ich hab halt irgendwie noch gar kein, ähm, ich weiß nicht, wahrscheinlich bin ich irgendwie falsch gelaufen, denke ich. Ich hab halt noch gar kein, irgendwie, gar kein Ziel, nichts. Ich lauf hier rum und loote halt quasi, gerade noch. Ist das eine bessere Rüstung? Ne, ich trage schon die besten Sachen. Ähm. Bist direkt zum Anfang von dem eigentlichen Startweg weggelaufen. Sehr gut. Das ist doch ein Quest-Item, die Trommel. Ich hab keine Ahnung, ich hab keine Quest. Jörns Trommel. Also, komm ich wohl später in der Stadt an, wo Jörn sagt, Bruder, mein Trommel ist verschwunden. Ich kann keine Musik machen, seitdem hassen mich alle. Ah, deshalb die Falltür, ich weiß, wo ich bin. Deshalb auch das Licht. Oh, Leute, ich bin wieder am Anfang. Einfach vorgespielt, ja. Einfach vorgespielt. Nimm noch den Manni-Stab mit. Ich hab ihn dabei. Das ist doch hier in meinem Inventar. Brr. 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 Ist doch dabei, alles gut. Hier ein Toter. Was geht ab? Dank für den Prime-Stab, Mann. Da lag doch einer in der Gegend rum. Ne, das war quasi seine Leiche, der Stab, der da lag. Der Stab war quasi seine Leiche. Wenn du das meinst. Auch wenn ich ihn aufgehoben habe, er verschwindet halt nicht. Er bleibt trotzdem liegen. Weil es halt seine Leiche symbolisiert. Äh, ja. Hab ich eine Karte? Ich hab eine Karte. Auch der Weltkarte besitzen Orte, die du bereits entdeckt hast, äh, helle Symbole. Und Orte, von denen du gehört hast, aber noch nicht besucht. Okay, also jetzt der Dungeon. Ist aber nicht hell. Der ist doch genauso wie die anderen, oder? Eigentlich verschwinden die schon. Ja, weil ich nicht alles bei dem aufgehoben hab. Der hatte noch irgendwas, was ich nicht brauchte. Der ist jetzt hell. Der sieht genauso aus wie die anderen von. Die anderen Symbole sind schon, sind schon, sind schwarz. Das hier soll schwarz sein, oder was? Achso, hier haben wir den besten Unterschied. Das ist weiß, das ist schwarz. Ah, hier haben wir den besten Vergleich, ne? Helgen. Aber zählt das als weiß oder als schwarz? Das zählt als schwarz. Magenta. Ja, dann gehen wir mal dahin, ne? Ist hier in der Nähe. Mal gucken, was das ist. Was stand denn auf der Karte, wenn ich da drüber habe? Falkenring. Okay, vielleicht ist das irgendwie, äh, ne Jagdgruppe oder so. Und dann kann ich bei denen im Clan aufgenommen werden oder so. Bin dann auch Jäger des Falkenrings. Katz Ejai will sterben von Falkenring. Ja, hier ist es, ne? Gucken wir uns das mal an. Ja, ich weiß, ich habe auf der Map einige Sachen, die ich machen kann. Aber ich gehe zu dem Nächsten. Was hier gerade direkt um die Ecke ist. Die Wache wird vielleicht nervös, wenn sich ein Mann mit gezogener Waffe nähert. Bruh. Was braucht ihr? Lasst mich raten. Jemand hat euch eure Süßigkeit geklaut. Was für Süßigkeit? Junge. Was für Süßigkeit. Guten Tag. Kann ich hier verkaufen? Wir haben warmes Essen, warme Getränke und warme Becken. Bei Schorsgebeinen ein hübsches Mannsbild in Falkenring. Sie findet mich hübsch. Ein kräftiger Trunk wird die Kälte in der Luft vertreiben. Willkommen im Todmannstrunk. Ich bin dem Kampf in Zirol, die ihr entkommen und im Himmelsrand holt er mich wieder ein. Ich suche nach Arbeit, wisst ihr was? Habt ihr letzter Zeit Gerüchte gehört? Ja, Gerüchte sind immer gut, leider. Gerüchte sind immer gut. Wann kommt Majora's Mask für die Switch? Let's go. Es gibt Gerüchte über einen kleinen Jungen in Windhelm namens Aventus Aretino. Er versucht doch wirklich Kontakt zur dunklen Bruderschaft zu bekommen. Die dunkle Bruderschaft. Das Spiel ist so leise. Ich würde es gerne lauter machen, aber es geht nicht. Es tut mir leid, leider. Die Bewohner von Himmelsrand mögen Magie nicht besonders. Der einzige Ort, an dem ihr wahrscheinlich einen Lehrer findet, ist daher die Akademie von Winterfeste. Habt ihr diesen Schrein von Azura gesehen? Es heißt, die Dunkelelfen hätten ihn nach ihrer Flucht aus Morrowind gebaut. Morrowind. Morrowind. Mehr Deutsche konnte man das nicht aussprechen. Es heißt, es gäbe in Rifthorn jemanden, der Gesichter verändern kann, sodass man ganz anders aussieht. Könnt ihr das glauben? Verrückt. Hey, es geht, es geht ab. Ich bin eine Echse, ja. Hier, seht euch das an. Ein paar Männer des Jahres sind vorbeigekommen und haben diesen Beutebrief zurückgelassen. Okay. Kopfgeld aktualisiert. Was habt ihr zu verkaufen? Wollen wir diesen Hunger doch stillen, hm? Essen, Zutaten, Salz. Natürlich, für heute gehört das Zimmer euch. Oh, ich wollte kein Zimmer. Ich hab ein Zimmer. Ich zeige euch euer Zimmer. Ich wollte kein Zimmer. Doch dies Land ist unser und soll unser bleiben. Wir werden die Fremden mit Schwertern vertreiben. Hm. Was kann ich für euch tun? Ich bin Barde, ausgebildet an der Barden Akademie in Einsamkeit. Wanderer wie ihr sollten in Betracht ziehen, sich dort zu bewerben. Okay. Gewiss? Was kann ich für euch tun? Könnt ihr Ragnar der Rote singen? Kennt ihr das Zeitalter der Aggression? Und danach fragen nur Leute vom wahren Kaiser Volk. Okay, let's go. Yeah, let's go. Ein Prost auf die Jugend, auf unsere Zeit. Denn Kämpfe sind bald schon Vergangenheit. Stumentel, ade und alles, was stört. Wir holen uns wieder, was uns gehört. Der Königsmörder soll zittern und beben. Den Brevel zahlt Ulfric mit Zahn. Ulfric, den kennen wir. Wir streiten und kämpfen ein Leben lang. Und kommt unser Entwürtnersurvengarde der Gang. Doch dies Land ist unser Leben lang. Ich will den anderen Song hören. Gewiss? Was kann ich für euch tun? Ah, eine schöne, aber blutdürstige Geschichte. Die kann ich vortragen. Dieses Lied hier ist besonders beliebt. Es ist eines der ersten Lieder, das ich gelernt habe. Ragnar der Rote. Kam einst ein Reck Ragnar der Rote genannt. Nach Weißlauf geritten von Rorikstadt stammt. Woher kommt? Wer spielt Gitarre? Schwange die Klinge gezückt. Ach, sie spielt Gitarre. Und Beute glömt. Doch still war der Rote, kein Wort mehr sagt. Als Schild weit Mathilda beherzt vor ihn trat. Ihr prallt und ihr lügt und trinkt all unseren mit. Nun lasst uns doch sehen, ob der Tod euch wohl steht. Wir sollten immer wieder sein. Und mit lautem Klirren folgt schnell... Was redest du da? Was ist jetzt mein Zimmer? Der ist fremd. Der ist jetzt mein Zimmer, ne? Fremd. Ist du jetzt mein Zimmer abgelaufen und habe ich kein Zimmer mehr? Das meins... Oh, ich kriege das sogar das VIP-Zimmer, Leute. Wieso liegt hier Geld? Das Erwachen der Nord. Nord, erhebt euch. Verfasser unbekannt. Jo, das N ist das beste N, was ich je gesehen habe. Was geht eigentlich, ne? Nord, erhebt euch. Werft die Fesseln der Unterdrückung ab. Befreit euch vom Joch des falschen Kaisers. Steht treu zu eurem Blut und eurem Heimatland. Der Kaiser sagt, wir dürften nicht den heiligen Talos anbeten. Wie kann ein Mensch einen Gott ablegen? Wie kann ein wahrer Nord den Gott, der aus unserer Heimat stammt, von sich weisen? Tiber Septim, der erste Kaiser und der oberer Tamriels, wurde zum Gott und sitzt nun zu Akatoshs Rechten. Also Talos ist der Gott der Nordleute, oder was? Und momentan laufen die rum und verbieten es, Talos anzubeten, oder wie? Ein wahrer Sohn Himmelsrand, geboren im Land von Schnee und Blut, gezeugt von einem Volk Ehre zu bringen, ist nun Talos, der Gott der Macht und der Ehre. Das Kaiserreich hat kein Recht, uns seine Anbetung zu verbieten. Weil wir haben ja vorhin getroffen, diese Hochelfen, die jemanden irgendwo transportiert haben, der halt an Talos glaubt oder so. Und mich haben sie dann auch gesagt, du glaubst an Talos, Alter, wir bringen dich um. Unser eigener Großkönig hat uns an das Kaiserreich verraten. Er tauschte unseren Gott gegen Frieden ein. Er stimmt einem Pakt mit dem Talmor zu, den der Kaiser in einem fremden Land geschlossen hatte. Sind wir einem solchen Pakt verpflichtet? Nein, tausendmal nein. Lasst die Lehren der Geschichte nicht ungehört verklingen. Der Altmeribund und seine Talmorheeren führten Krieg gegen Menschen, so wie in alten Tagen die Elfen gegen Isgramor und unser Volk Krieg führten. Sie brannten das stolze Saartal bei ihrem feigen Überfall nieder und ließen nichts als Ruin und Trümmer zurück. Aber Isgramor und seine Söhne sammelten die 500 Gefährten um sich. Sie zogen gegen die Elfen in den Kampf und vertrieben sie aus Himmelsrand. Im großen Krieg unserer Väter betrogen die Elfen erneut die Menschen und widergriffen sie uns ohne Provokation an. Wir können dem Bund und den Talmor nicht trauen. So wie Isgramor ist Ulfric Sturmmantel, ein wahrer Held des Himmelsrands. Sein Name wird über Generationen in Sovnograd wiederheilen. Herr, aber wieso gibt es schon Bücher über Ulfric, wenn er gerade am Anfang im Intro mit uns da war und hingerichtet werden sollte? Wieso gibt es über ihn schon Bücher oder ist das nochmal ein anderer Ulfric und das ist irgendwie sein Nachfahrer? Sein Name wird über Generationen, also nur er hatte den Mut, König Torik zu einem Duell herauszufordern. Ulfric Tuhum, ein Geschenk von Talos selbst, streckte den verräterischen Herrscher nieder. Sein Tod befreite uns von den kaiserlichen Ketten und den Talmor-Fürsten, die den kaiserlichen Thron verdunkeln. Der wurde nicht erst an dem Tag geboren, als er hingerichtet werden sollte. Ja, aber es klang so von wegen, ja, er hat versucht, ihn zu stürzen, hat nicht geklappt, also wurde er festgenommen und jetzt wird er hingerichtet. Der ist eine Legende, im Intro wurde er nur gefangen genommen, also führte er schon Krieg schon seit zig Jahren. Er hat ihn bereits gestürzt, aber ist schon ein bisschen her. Achso, und die haben jetzt quasi zurück angegriffen und haben Ulfric festgenommen. Das Kaiserreich hat seine Armeen entsandt, um uns zu beherrschen. Sie haben unseren Landsmännern zu diesem Zwecke eingezogen. Sie schickten Bruder gegen Bruder und Vater gegen Sohn in den Kampf. Sie lassen Himmelsrand sich selbst in den Krieg bekämpfen, der allein in ihrem Namen stattfindet. Lasst nicht zu, dass sie uns spalten. Sie dürfen uns nicht unterwerfen. Missachtet das kaiserliche Gesetz, das die Anbetung Talos verbietet. Schließt euch Ulfric Sturmantel und seiner Sache an. Okay, also, aber das ist nur im Norden so. Weil die ganzen anderen Menschen, die glauben jetzt, die Nordmänner und die Elfen haben wohl irgendwie ein Problem miteinander. Weil die kaiserliche Garde, denke ich mal, glaubt nicht an Talos, ne? Schlafen. Guter, gesunder Schlaf, sechs Stunden. So, okay. Morgen! Es geht ab. Hm. Hm. Oha, was ist denn hier? Archemie-Labor. Schaut nicht so müde rein. Ja, Mama. Wollt ihr was zu tun? Bärenklaue, Salz, Knochenmehl. Scheiße. Oh, Waffe weg. So. Was haben wir denn hier so schönes noch in der Stadt? Das war auf jeden Fall das Gasthaus. Was haben wir hier? Waren aus Graukiefer. Okay, da kann ich vielleicht einkaufen. Ist das Geralt? Haltenring war einst voller Wand. Wenn ihr nicht gekommen seid, um jemanden zu begraben, dann seid ihr hier am falschen Ort. Die Talor weigert sich, Talos als Gott anzusehen, weil es keine Deidra Aedra ist, sondern ein Mensch. Aber für die Nord ist Talos der Gott. Hey, hey, Niemann. Was geht ab? Die Sturmmäntel sind im Grunde die Nazis in Skyrim. Die Nazis? Also sind das Rassisten oder was? Das klang so, als wollten sie sich einfach ihren Platz zurückholen, die Talos. Äh, die Leute, die zu Talos gehören, zu Nord. Die irgendwie vertrieben wurden und dann wollten sie ihren Thron zurück. Die Elfen hatten lange mit dem Kaiserreich einen blutigen Krieg. Sie konnten nun einen Friedensvertrag schließen, der aber voraussetzt, dass die Anbetung von Talos verboten wird. Sie hassen halt Elfen und Agonier. Okay, ich hasse sie auch. Falkenring ist für seinen Friedhof bekannt. Wir haben hier mehr Tote begraben, als ihr euch vorstellen könnt. Ich habe meinem alten Kriegsgefährten Berit gerade eine anständige Feuerbestattung spendiert. Der alte Dickschädel hasste die Vorstellung, in der kalten Erde zu enden. Könntet ihr die Asche zu Runil bringen, dem Priester von Arkei? Er wird schon wissen, welche Segen er für Berits Seele aussprechen muss. Ja, ja, das wäre mir eine Ehre. Ich danke euch. Gib mir Geld. Ich lerne hier gerade mehr über die Story als jemals im Spiel. Hast halt die Wahl zwischen Imperialisten, die die Religion der Leute da unterdrücken und Rassisten. Aber musste ich in dem Spiel sogar irgendwie entscheiden für zwei verschiedene Sachen? Kann ich nicht einfach mein eigenes Abenteuer erleben und einfach Drachen reiten? Oder muss ich bei diesem Krieg mitmachen? Musst du nicht, aber du kannst. Okay. Du musst gar nichts. Ich dachte vielleicht, das ist irgendwie so der Mainplot und ich muss dann irgendwie jedem einen von beiden helfen, um durch die Story durchzukommen oder so. Du kannst jetzt auch einfach 5000 Stunden angeln. Angeln? Kann man das in der Version schon? Was passiert, wenn ich in einem Fremdenbett schlafe? Ach, kann ich gar nicht. Okay. Hallo. Seid gegrüßt. Im Gegensatz zu meinem Bruder habe ich keine Probleme mit Fremden. Als Sturmantel habe ich viele davon kennengelernt. Oha, er ist ein Nazi. Die Sturmantel bringen zwar die Anbetung von Talos zurück, wollen aber Skyrim nur mit den Nords haben. Die hassen alle anderen Rassen. Sein Name ist Bolund. Er arbeitet in der Sägemühle unten am Fluss. Ihr solltet nicht erwarten, lange Gespräche mit ihm führen zu können. Er redet nicht gern. Besonders nicht, wenn er Leute nicht kennt. Dann brauche ich unbedingt eine Angel. Wir müssen angeln gehen, Leute. Aber das Kaiserreich gehört nicht den Elfen. Für manche ist es Ransch. Für mich sind es Schätze. Und hier kann ich was verkaufen, denke ich, oder? Was hast du denn? Waffen. Oh! Da sind wir beim Thema, Leute. Angel am Start. Willst du meinen Scheiß haben? Wenn ihr etwas aus meinem Laden stehlt, werdet ihr es bedauern. Nö, nö, ich bin ein Guder. Ich bin ein Guder. Ich will ja später nochmal kommen, wenn du ein bisschen Geld hast, um deinen Rest deines Geldes abzuholen. Ja, die Elfen haben das Kaiserreich ziemlich in der Hand. Okay. Also ich hatte das irgendwie so verstanden, dass irgendwie das Kaiserreich nicht den Elfen gehört, aber das Kaiserreich halt quasi mit den Elfen einen Pakt hat, einen Friedensvertrag hat, in dem es halt gesagt wird, jo, ihr dürft halt nicht Thalos anbeten. Und dann führen wir auch keine Kriege mehr. Lods Haus aufschließen. Okay. Bist du Lod? Okay. Okay. Und dann den Kaiserreich gegenüber Loyal. Ich war viele Jahre den Geyers Leibwächter. Mehr als einmal habe ich meine Haut riskiert, um ihn zu beschützen. Warum sollte ich sowas wohl tun? Das Geld ist wegen? Weil ich einen Eid geschworen hatte? Nein. Weil ein guter Mann und ein wahrer Freund war. Ein echter Nord stellt Loyalität und Ehre über alles andere. Aber das ganze Spiel ist nicht voller Schnee, oder? Das ist jetzt hier nur im Norden so, oder? Nur innerhalb der Mauer. Falkenring besteht größtenteils aus Wildnis. Und wer Ärger sucht, wird ihn schnell finden. Werft einen Blick darauf. Der hat doch bestimmt sick gewaffen, oder? Die meisten Nord sind keine Rassisten. Die sind nur pisst, dass sie in ihrem Glauben eingeschränkt werden. Und alle anderen einfach sagen, das ist okay so. Deshalb wollen sie, dass die anderen sich verpissen. Der wirkliche Rassist ist Ulfrig, der die schon angepissten Nord angestachelt hat. Und mit seinen Fortschritten die meisten überzeugt hat. Eisenachs der Ermüdung. Ich weiß heute nicht, ist das jetzt Zweihand? Ist das Einhand? Woher weiß ich, ob das Zweihand oder Einhand ist, Leute? Skyrim ist schon mit Abstand das langweiligste Gebiet des Kontinents. Aber je südlicher du kommst, desto normaler. Ich komm hier raus aus Skyrim. Ich dachte, das ganze Spiel spielt in Skyrim. Streitachs ist immer zweihändig. Ah, okay. Ja, dann brauche ich hier keine. Ich wollte einhändig... Oh, hier. Stahl... Ne, ist auch Kriegs... Ne, Kriegsachs ist einhändig. In Brand. Ja, ich habe gerade eine Eisachst. Ist eigentlich auch okay. Stahlzweihänder der Himmelsschneide. Den Nord gehört Himmelsrand eigentlich gar nicht. Die sind vor vielen Jahren eingereist und haben... Ich will, weil es gab noch so einen Nordstamm, der... Ja, zu schnell weg. Ah, meine Maus krollt zu viel. Eingereist und haben die Ureinwohner versklavt. Und generell ist die Geschichte von Himmelsrand echt schwierig, weil es gibt dann noch so einen Nordstamm, der sich selber noch mal als Ureinwohner sieht. Da sind aber halt so Buschmenschen. Nur im DLC kann ich raus. Okay. Skyrim hat auch einen südlichen Teil. Ah, okay. Wenn die Waffe gerade ist... Oh, das ist auch okay. Gerade ist einhändig und quer ist zweihändig. Ah, okay. Das ist auch cool. Fuck, mein Chat kommt nicht mit. So. Okay. Nö, nö. Ich bin gar zufrieden. Eigentlich wollte ich hauptsächlich hin und was verkaufen und ein bisschen Quatschen, Quests annehmen oder so. Äh, hier muss ich auch einbrechen. Ich hätte mal ein Huhn. Versucht nicht zu hart über Falkenring zu urteilen, Fremdling. Der Krieg hat uns sehr zugesetzt. Es tut mir leid. Ich sollte jetzt wirklich gehen. Okay. Ich glaube, ihr hat meine Axt nicht gefallen. Huhn. Jemand muss mir helfen. Ihr habt Verbrechen gegen Himmelsrand und seine Einwohner begangen. Habt ihr etwas zu eurer Verteidigung zu sagen? Oh, die sehen Hühner als ihre Mitbewohner an. Wie viel Geld habe ich? Darf ich gucken? Darf ich kurz? Gar nicht. Gar nicht kurz. Ich hab bestimmt genug Geld, oder? Kluger Mann. Jetzt kommt mit zum Schloss. Wir nehmen euch etwaiges Diebesgut ab. Dann könnt ihr wieder gehen. Ich hab nichts. Sobald ihr die Strafe bezahlt habt. Versteht sich. Ich hab nichts. Ich hab kein Diebesgut. Gruftiges Gebräu. Eine Kneipe. Da kriegen wir bestimmt auch hier das ein oder andere Gerüchte mit, oder? Das ist gar keine Kneipe, Leute. Gruftiges Gebräu. Okay, das ist ein Alchemielabor. War dein Helm nicht geklaut? Scheiße, du hast recht. Aber aus einer anderen Stadt. Klingt ein bisschen seltsam, ich weiß. Nicht wirklich ein Name, der den Kranken Trost spendet, die Umschläge oder Salden kaufen wollen. Aber ihr müsst verstehen, dass Falkenring eine Stadt ist, die wohl oder übel von dem großen, uralten Friedhof dominiert wird. Deshalb heißt das Gasthaus Totmannstrunk, der Bauernhof Totenlichthof und so weiter. Eine Art Dauerwitz bei uns hier. Abgekleckert. Na ja, meine Familie in Hammerfell hatte was gegen mein Interesse an tödlichen Giften und dem Tod im Allgemeinen. Also zog ich den Norden. In dieser Stadt mit ihrem riesigen Friedhof fühlte ich mich wie zu Hause. Ich habe das Geschäft eröffnet und nie zurückgeschaut. Ich gehöre einfach hierher. Also gut. Äh, Rüstung. Kleidung. Mein Helm ist halt wirklich weg. Leute, mein Helm ist halt wirklich weg. Lasst es mich wissen, wenn ich euch behilflich sein kann. Die haben einfach meinen Skyrim-Helm geklaut. Die haben mir einfach meinen Skyrim-Helm genommen. Jemand Neues? Ähm, okay, warte. Hier drin ist es, ne? Langhaus des Jarl. Hast du meinen Helm? Du kannst ja auch deinen Skyrim-Helm ehrlich verdienen. Ich habe voll viele Gäner getötet, die den Skyrim-Helm gedroppt haben. Aber ich habe den halt nicht aufgehoben, weil ich dachte mir, wieso denn da? Ich habe ja schon einen. Stehlen von Chateau Lea. Das sieht sehr ungewohnt aus. Was sieht sehr unungewohnt aus? Skyrim ohne Mods? Ach, die Diamantenmütze. Ich bin der Vogt dieses Ortes. Ich diene unter Jarl Sittgeier. Davor habe ich unter Jarl den Geier gedient. Ich habe dich gar nicht angesprochen. Kannst du mich bitte in Ruhe lassen? Äh, verzaubern. Ich kann nichts verzaubern. Gegenstand. Ich möchte meinen Bogen verzaubern. Seelensteine. Winziger Seelenstein. Herstellen. 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 Okay, geht nicht. Ich muss es erst lernen, glaube ich. Skyrim-Helm? Kleiderschrank, Leute. Wir gucken kurz nur rein. Feine Stiefel, also. Die Ehrlich-Mütter. Sind vielleicht doch ein paar zu viel. Die Legende des Roten Adlers. Ich habe nichts geklaut. Ja, Bulund spricht viel vom Krieg und den Sturmmänteln, aber er weiß Bescheid. Arbeit. Ich verlange einen Tribut, bevor ihr für echte Aufgaben in Frage kommt. Wie wäre es mit einem Getränk? Und nichts von diesem Mist hier. Echten Schwarzdorn-Meet. Frisch aus Rifton. Das solltet ihr auch besser tun. Ich hasse es, wenn man meine Zeit vergeudet. Wie seid ihr so jung Jarl geworden? Mord. Mein Onkel Dengaya war bis vor kurzem Jarl. Aber da sein Alter und seine Gesundheit ihm einen Strich durch die Rechnung gemacht haben, ist er abgetreten. Er dient uns nun als ehrenhafter Tane. Und zum Glück bin ich nun der Jarl. Der hat den Safe umgebracht, ja. Überhaupt nicht. Ich bin ein Jarl. Ich esse die leckersten Speisen, trinke das edelste Meht und jage mit den besten Hunden. Mein äußerst fähiger Vogt kümmert sich um die Belange der kleinen Leute. Und sorgt dafür, dass alles rund läuft. Es ist so einfach, ein Jarl zu sein. Ihr solltet es mal versuchen. Besucht mich doch mal wieder. Vielleicht habe ich dann einen Auftrag für euch. Das sind, das sind... Ne Laute! Jetzt habe ich ja niemanden, der einen Skyrim-Helm hat. Oha! Experte! Adept! Oha! Clown verkaufen? Gusseiserner Topf. Okay. Oho! Feine Kleidung! Guck doch beim Schmied draußen. Ich will ja nicht den Schmied beklauen. Ich will die beklauen, die mich beklaut haben. Nämlich das Gesetz. Ich glaube, Expert ist noch zu hoch, oder? Ja komm, ich verbrauche nicht zu viele... Ich habe nur noch vier Dietriche. Du könntest auch einfach kaufen. Nein, ich möchte den Helm, den ich am Anfang des Spiels gefunden habe. Das war mein allererster Skyrim-Helm. Und ich möchte meinen allerersten Skyrim-Helm wiederhaben. Wo haben die ihn hingepackt? Dann mach Taschendiebstahl. Kommt mir bloß nicht in die Quere. Kaum zu fassen, das... Kommt mir... Hm? Hey, hey. Raus. Raus! 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 Ich will angeln! Raus! Raus! Das geht nur an Angelspots. auf der karte kann ich das gefängnis sehen wie kann ich denn die karte des dass der stadt sehen hier das markierte ding können wir weg machen weiß nicht wie das markt machen wahren aus los aus gruftiges gebräu kaserne ich denke meine kaserne oder da ist noch irgendwas zweites waren aus kann ich nicht nein ich will kann ich kann ich das markieren ich kann es nicht markieren ich habe keine ahnung wo ich gerade bin auf jeden fall kaserne suche mir eine kaserne toten lichthof ich war schon mal bei einer kaserne lotzhaus stand von der kaserne bin aber nicht reingegangen ne hier war der shop und hier war die gaststätte hier war der schmied hier war das andere moment ist das hier die kaserne wenn du beim wasserwellen auf einen kleinen fleck siehst kannst du da meist angeln das war das haus des jahres das gebräu hier kaserne okay wir holen unseren helm zurück falken rings gefängnis jo jungs wo ist mein helm wer bist du denn willst du die freiheit dann gib mir in skyrim helm und schippe dankeschön an den gifte zappmann seid ihr zum monster angaffen hier ein kleines mädchen ist meinetwegen tot glaubt mir ich wollte das niemals tun ich habe einfach die kontrolle verlassen werwolf ich habe versucht es ihnen zu sagen aber niemand glaubt mir daran ist allein dieser verdammte ringschuld das ist der ring von hirsine man sagte mir ich könnte mit ihm meine verwandlungen kontrollieren vielleicht hat es einmal funktioniert aber ich werde es nie erfahren hirsine ließ es zu dass ich ihn nahm und belegt ihn mit einem fluch ich steckte ihn an und die verwandlungen kamen einfach ich wusste nie wann es passierte zu den unmöglichsten zeiten auch bei dem kleinen mädchen es bringt wohl nichts das geheimnis zu hüten wenn ich hier sowieso sterben werde ihr habt bestimmt schon mal von menschen gehört die sich unter dem einfluss des mondes er ist wirklich ein werwolf ich bin einer von ihnen ein werwolf das ist mein geheimnis und meine schande deshalb wollte ich den ring er sollte menschen wie mir die kontrolle über meine verwandlungen geben nun sehe ich vielleicht aus wie ein mann aber ich spüre das tier in mir immer noch so stark wie zuvor guter skill in 514 wer ist ja wer ist genau wer ist diese hessine und wieso ist sie so eine miese sau weil wie es aussieht ist er nicht unbedingt cool damit dass er ein werwolf ist er möchte sich nicht verwandeln deshalb hat er ja diesen ring gesucht aber die miese sau hat einfach den ring verflucht warum ist er seine zelle unter wasser naja weil werwölfe bei kaltem wasser sich wieder zurück verwandeln deshalb kennt ihr nicht den daedrischen fürsten der jagt er freut sich am jagen und hat den sterblichen auch das geschenk der lykantropie gemacht eine starke kraft der man aus dem weg gehen sollte das habe ich zu spät erfahren ich habe irgendeinen ring habe ich dabei ich war gerade nach faltenring gekommen sie brauchten hilfe in der mühle und ich dachte es wäre etwas sicheres etwas das ich tun könnte als ich das kleine mädchen sah war ich einfach ich konnte es spüren ich schmeckte die ich musste jagen aber dieser jämmerliche beschränkte körper er ist nicht der täter entscheidend er ist das opfer keine krall schwache zähne die nur brei kauen können ich hielt meine wut solange es ging zurück aber innerlich kochte ich sie wirkte so zerbrechlich hilflose beute und dann es es ist schrecklich was geschehen ist was ich getan habe es wäre wahrscheinlich das beste für alle wenn ich einfach verschwinden würde mua ich suche nach einer möglichkeit hirsine zu besänftigen es gibt eine bestie in diesem landstrich groß majestätisch man sagt dass hirsine mit dem redet der ihn tötet ich habe ihn bis in diesen wald verfolgt aber dann kam ein unfall mit dem kind dazwischen ich will um seine vergebung bitten ihm den ring zurück geben doch während ich hier fest sitze zieht die bestie frei umher oh ihr würdet das für mich tun hier nehmt ihn ich will mit diesem verfluchten ding nichts mehr zu tun haben sucht die bestie aufsetzen leute ich kann mich jetzt verwandeln oder der fürst der jagt wird sich gnädig zeigen ich wünsche euch viel glück aber ich sollte verschwinden solange ich noch meine haut habe sollten sich unsere wege noch einmal kreuzen werde ich mich an eure güte erinnern lebt wohl ähm 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 bekleidung ich denke mal es wird eher ein Schlüsselgegenstand sein ne äh Schlüssel äh hier ein Quest-Item meine ich nichts sonstiges bekleidung Kleidung? Doch, hier. Der Träger kann sich zufällig an einen Wolf verwandeln. Du kannst diesen Gegenstand nicht entfernen. Er hat ihn wirklich aufgesetzt? Ich habe ihn ausgerüstet. Hesine ist der Boss, den du schon besiegt hast, oder? Nee. Der Geist hieß irgendwas mit H, aber nicht Hesine. Und jetzt sehen wir gleich, er fällt gleich ins Wasser und verwandelt sich zurück. Er kommt gleich wieder. Er ist weg. Hi, ähm, ich habe definitiv... Nein! Nein! Was verbergt ihr eigentlich? Ich habe gar nichts gemacht. Ich will nur meinen Helm. Was gibt's? Wo ist mein Helm, Chad? Ärger oder so? Ich habe gesagt, im Gefängnis. Gefangenentruhe. Truhe mit Beweisen. Leer. Wir waren... Ich war hier eigentlich wegen dem Helm, ja. Das ist wahrscheinlich eine Truhe für die Beweise, ne? Wie rüste ich denn Fäuste aus, Leute? Wie kann ich denn Fäuste ausrüsten? Indem ich einfach alles entrüste, oder was? Wie wagt es mir mit erhobenen Fäusten entgegen? Auf einmal ist da noch einer gespawnt. Auf einmal ist da noch einer gespawnt. Fuß! Oh! Da. Wie ist mein Chat wieder verschoben? Junge. Warum nur mit Faust? Ja, weil dann töte ich ihn doch nicht. Dann betäube ich ihn. Dann betäube ich ihn doch, oder nicht? Ich wollte niemanden töten. Die sterben mit jeder Waffe. Aber das ist ja meine Faust. Das ist keine Waffe. So funktioniert das nicht in Skyrim. Tschüss. 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 Ich hab meinen Helm! Ich bin wieder Skyrim. Ich bin wieder Skyrim. Von einem Drachen vernichtet. Es ist kaum zu glauben, oder? Blaues Mädchenkleid. Oh, hübsch. Mit dem letzten Dietrich. Das eine Sushi-Lokal hat bis 21.15 Uhr auf. Ja, wir haben doch... Der ist 19.30 Uhr. Ja. Das eine Sushi-Lokal hat bis 21.15 Uhr auf. Ja. 21.15 Uhr. Da ist besser. Okay, Leute. Ja, wie funktioniert das hier? Muss ich drüber zielen oder genau drauf? Bestimmt ein bisschen drüber mit ein bisschen Wind. Ach, da. Okay. Guter Schuss. Der fliegt höher, als ich ziele. What the fuck? Ah, okay. Wir haben ein bisschen Übung, Leute. Dann klappt das schon. Okay. Weg mit dem. Kann ich da rein? Der... Ist er hier rausgeklettert? Weil das... Weil der Schatten, der geworfen wurde nach unten, sah auch so aus wie der Ring hier. Ich weiß nicht, wieso Tipsy mit mir im Chat schreibt, wenn sie einen Meter daneben liegt. Dann schrei doch. Du brauchst eine Spitzhacke. Hier ist eine Mine-Steinbruch. Was denn? Nichts, siehst du. Du hörst mich nicht, wenn ich so richtig... Doch, ich hab dich gehört, aber dann hab ich gelesen, Mine. Ja, gut. Wir haben ein paar Quests gefunden, Leute. Wir können theoretisch losziehen, ne? Karte auf. Haben wir direkt irgendwas in der Nähe? Die werden nicht markiert auf der Karte. Die Quests. Die ich gefunden habe jetzt. Ich weiß nicht, ob er das hochheben konnte oder einfach hochgeklettert ist, sich durchgequetscht hat durch das Loch. Tagebuch. J. Quests. Ich hab so wenig. Hier. Die klang ganz cool. Töte die große Bestie. Ja. Da. Da gehen wir hin, Leute. Das klang ganz cool. Wir töten jetzt die Bestie. Danke. Das ist wie, wenn du auf der Straße rumläufst und plötzlich spricht dich random jemand an und sagt, hey, nice and style hast du da. Warte. Was war das gerade für ein Sound? Habt ihr den Sound kurz gehört? Mann, wieso geht denn mein Chat immer nach oben automatisch? Ich muss ab und zu mal raustabben und mein Chat wieder nach unten ziehen. Ehrenwerter geklauter Helm. Der Helm war eine Belohnung. Weil ich einen miesen Banditen umgebracht habe. Ehrenwert. Ja, der Rest. Nur der Helm ist geklaut. Und geklaut. Das war eine Belohnung. Hab ich mir halt selbst ausgesucht, die Belohnung. Aber es war eine Belohnung. Und der Rest der Rüstung habe ich mir, habe ich halt erkämpft. Das ist ehrenwert. Ja. Selbst ausgesucht zur Belohnung. Ja. Kann man klettern? Theoretisch. So wie bei Breath of the Wild oder so. Oder nur so mithüpfen. Du hast jemanden gekillt und ihm den Helm geklaut. Nein. Ich bin bei jemandem zu Hause reingekommen. Und da war ein Bandit, der gerade am Plündern war. Und ich habe den Plünderer getötet. Und dann mir in dem Haus, wo der Plünderer war, den Helm mitgenommen. Also Pferde können Winkelbissen zu 89 Grad laufen. Okay, was passiert hier? Was sollen die scheiß Blitze hier? Eisen-Zweihänder. Können wir mal mitnehmen. Zaubertrank. Dietrich. Nice. Wo ist der andere? Gold. Nordmet. Irgendeinen Met wollte er haben. Ich glaube, das war kein Nordmet, ne? Das war irgendein anderer Met, den er haben wollte. Wenn Banditen den... Obwohl, vielleicht haben den Banditen den ja Weile ja so selten ist, weil sie ihn irgendwo geklaut haben. So. Okay. Wir sind gleich irgendwo in der Nähe schon, Leute. Wir sind fast da. Bei der Bestie. Schwarzdorn. Oder so, ja. Ich kann nur mit Pferden klettern. Okay. Ist das die Bestie? Aber die sieht doch so wunderschön aus. Anlegen. Feuer. 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 Wo ist er? Wo ist er, Chad? Wo ist er? Da hinten ist er. Ich hab ihn gleich. Das ist noch ein anderer. Vielleicht paaren die sich jetzt. Ja,- Jetzt ist er. Wo ist er? So. 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 You too. So. 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 Ich nehm die Axt Moment, der heilt sich ja voll Der kann sich heilen, Leute So, ich hab ihn Wer bist du denn? Oh Seid gegrüßt, Jäger Ich bin der Geist der Jagd Nur ein flüchtiger Eindruck Des ruhmreichen Pirschjägers Den eure Art Hircine nennt Ich kann es in Erwägung ziehen Doch zunächst müsst ihr mir Einen Dienst zu meinem Ruhm erweisen Der, der ihn gestohlen hat, ist geflohen Und hat sich, wie er glaubt, an seinen Zufluchtsort gerettet So wie ein Bär auf einem Baum klettert, um der Jagd zu entkommen Sich damit aber nur selbst in eine Falle manövriert Such den abtrünnigen, schlauen Fuchs Reißt ihn die Haut vom Körper Und bietet sie mir als Opfer dar Er hat mir nichts getan Ich werde ihn nicht töten Tja, jetzt muss ich den Wehrwolf töten, Leute Aber War das nicht mit dem Wehrwolf genauso? Bei der Jagd geht es nicht um Rache Ich suche nicht die Vergeltung Sondern das Blutvergießen In einer Jagd auf Leben und Tod Andere Würden meine Gunst mit Freuden annehmen Sie werden ihn jagen Während ihr zaudert Die Entscheidung liegt bei euch Töte die große Bestie Beginne die Jagd Da hinten So weit weg Okay Wieso wird es mir nicht markiert? Ach da hinten Daedra sind einfach sympathisch Das war ein Daedra Wo kriege ich Pferde? Das wird jetzt ein langer Weg Kann ich den reiten? Kann ich dich reiten? Schlammkrabbe Kann ich dich reiten? Er will nicht Pferde gibt es in Städten Oder Klauen Kann ich keine wilden Tiere Einfach reiten? Hätte ich dafür wahrscheinlich Den anderen spielen müssen Wölfe Wölfe Wer nimmt den einfach in den Arm? Es gab ja eine Rasse Die irgendwie cool mit Tieren ist Oder so Und vielleicht hätte ich Da mitten hier schreiten können Liegt da eine Leiche? Holzfäller Ja danke Wölfe? Da hinten ist was Da wurden irgendwelche Rituale gerade vollzogen Wie er ihn in den Arm nimmt Bruh Ich helfe dir gerade Ich komme hier hin Helf ihm Und das erste was er macht Ist mich anzünden Steht er auch immer dabei? Moment Wie viele Seiten das sind Ne wer hat 50 Das war ein Nekromant Die sind meistens nicht so nett Der hieß Beschwörer Beschwörer Novize Ich wollte fragen was er hier macht Was sein Job ist und so Und der kommt direkt an Feuer Freak So ich kann unendlich unter Wasser bleiben Soll ich jetzt richtig verstarben Ich bin ja in Agonie Waldelfen sind aber Sind das Aber nein Geht leider auch nicht Dann sind die Waldelfen ja wirklich lame Oder? Er tötet dich und beschwert dann deine Leiche Bin gespannt Wenn du dich in dieser Quest entscheidest Ja Ich bin eigentlich auf der Seite des Werwolfs Ich meine klar Er hat ein kleines Mädchen umgebracht Aber Er verdient eine zweite Chance Er hat es ja nicht gewollt Es ist passiert In einem Fluch Scheiße Hier komme ich nur mit Pferd hoch Wieso kann ich nicht springen So viel ich will Hier gibt es irgendwie einen Cooldown Oder kann man an bestimmten Stellen nicht springen Oder was ist das Problem Jetzt kann ich zwischen nicht springen Wieso nicht Hier kann ich springen Hä? Ich habe es ja nicht gerade Ich bin ja nicht gerade so gesprintet Die ganze Zeit Nur ganz kurz Hier ist auch irgendwie ein Dungeon Leute Wenn ich das richtig sehe Oder? Südlicher Bruchbeinpass Wieso wird der mir auf der Karte nicht angezeigt? Äh auf meinem Kompass nicht angezeigt Doch hier Ne Moment der ist weiß Da war ich oder? Moment aber ich war doch nicht in dem Ich war in dem hier Aber wieso ist der auch weiß? Da war ich doch gar nicht drin Hildies Grab Abgeschlossen Den hast du gerade entdeckt Ja aber ich dachte Die sind schwarz Wenn man sie noch nicht gemacht hat Hier geht es rein oder? Ja Neue Höhle Leute Neues Abenteuer Eigentlich war ich da gerade auf dem Weg Die Werwolfs Quest zu machen Aber hey Wir können ja mal kurz hier reinschauen Vielleicht Ah Skelette Die sind weak Okay ich muss jetzt aufpassen Auf dem Boden liegen Fallen Da sind irgendwelche Runensymbole auf dem Boden Gold Ich brauche Gold Schwarz du weißt davon Weißt du warst das schon Abgeschlossen Hast du schon mal gecleared Okay Da ist ein Nekromant Totenbeschwörer Lehrling Was ist der Unterschied zwischen Lehrling und Novize? Der hat irgendein schickes Schutzschild Er hat erlebt noch Der hat noch Leben Okay ich habe zwei Zwei Kill Animationen bekommen Noch ein Seelenstein Hier ist ein Verzauberertisch Ich dachte da liegt ein Zauberstab Es ist ein Räumenpfeil Okay Also ist das hier Rolle der Massenlähmung Okay Also Orkisches Schwert Also ist das hier gerade irgendwie Eine Höhle von Nekromanten oder so Die irgendwelche krassen Rituale hier durchführen Und irgendwie einen Oberdämonenlord beschwören wollen Der fünf Pimmel hat Oder so Und der wird dann die ganze Welt Knächten und vernichten Aber nicht mit mir Nicht mit mir Ich bin Skyrim Ist das die Zensur Die dein Gleit 2 erwarten wird Ja Also muss ich schon sagen Das Kampfsystem hier Fühlt sich eigentlich auch Sehr ähnlich zu deinem Gleit Wo Dropkick John Skyrim ist mein Name Okay hier geht es einfach wieder raus Ist ja auch praktisch Dasselbe Spiel Ja Skelette Zombies Wo ist der Unterschied Abgeschlossen Ah nice Oh fuck Die Frage ist Von wo muss ich rein Von der Seite Oder von der anderen Seite Das sieht Ich kann nicht näher ranzoomen Das sieht aus Wie auf der Seite Ja Ich bin richtig glaube ich Fünf Bin wieder da mit 117 Sterne Und nur noch drei Stück Dann habe ich Mario 64 Auf 100% Du bist so eine Maschine Ist das denn etwa ein Speedrun Den du da machst So schnell wie du bist Verdient Das sind keine Banditen Oder Der hat glaube ich Eine kaiserliche Rüstung Okay Es sind Banditen Besiege den Anführer Der heiligen Banditen Headshot Was Das war Das war Die sind irgendwie Scheine hinter mir Irgendwie kann ich nicht laufen Ich bin in der Hocke Immer noch Ja ich war die ganze Zeit In der Hocke man Okay die ist ja recht provozierend Okay die sind zu stark Ich schätze die Luft ist rein Ja ich gehe ja schon weiter Bis hierhin und nicht weiter Ich habe ja auch einen ganz anderen Job Gerade zu tun Ja Ich komme wieder der Schweine Und dann habe ich dann irgendwie So einen Laserstrahl Den ich aus meinen Augen schießen kann Weil Skyrim Alter Oder ich reite dann Drachen oder so Und springe auf deren Lager drauf Und dann lege ich einen fetten Haufen Scheiße Dahin Ja mein Drache wird dahin kacken In 300 Stunden sehen wir uns wieder Genau das wollte ich sagen Ja es sind ja auch die heiligen Banditen Die müssen ein bisschen stärker sein Als die normalen Banditen Ja es sind die nicht normalen die Banditen Sondern die heiligen Während sie klauen Glauben sie noch an Gott Die anderen Klauen Und beten nicht Die beten Und Okay was Du kannst bis zu zwei Kindern adoptieren Was Moment was Ich möchte keine Kinder adoptieren Aber okay Cooler Effekt Ich überlege es mir Ein Khajiit Hat der Blutmond Euch auch zur Jagd gerufen Jagdgefährte Es gibt Housing sogar Und heiraten Oha Die Beute ist stark Stärker als die Jäger Aber es werden mehr kommen Er legt ihn Zum Ruhm von Fürst Hirsine Okay Okay Sticke Todesanimation Denke ich Äh Gibt es dann so eine feste Auswahl An Frauen Die man heiraten kann Oder Männer Oder Heilungsrang Oder Kann ich einfach jeden Auf der Straße Einfach Fragen Jo Hast du Bock Ich bin reich Und hab ein Haus Einfach 55 Gold Hier unten gefunden Und Kinder Kannst jedes Absolutieren Solange ihre Eltern Irgendwie zu Tode kommen Können wir reden Vorher Leute Ich kann nichts machen Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal Gabe dich wohl Was war das? Ich konnte nichts auswählen Aber ja Das sieht schon sehr cool aus Also dieser scheiß Pfeil Ist halt gerade Ein bisschen störend An der Stelle So Aber ja Sieht schon sick aus Oder Wie er da auf dieser Kleppe steht Hinter ihm Dieser rote Mond Sieht schon nice aus Kannst du mich nochmal ansprechen? Oder muss ich hoch Zum reden? Ich konnte halt nichts anklicken Das war irgendwie verbuggt Das Menü Ah Es geht nicht Es ist ein Bug Der öfters kommt Oder was? Ist ja bekannt Äh Wie lade ich denn? F6 F7 F4 F3 F8 F9 Und ich würde es verdienen Jetzt Ich kann euch nicht davon abhalten Wenn ihr das tun wollt Ersene ist zu mächtig Aber wenn er mich verschont Kann ich euch ein starker Verbündeter sein Und ich würde versprechen Nie wieder in die Zivilisation zurückzukehren Ich weiß jetzt Dass ich nicht unter Menschen leben kann Ne Enter ging auch nicht Das Problem war ja Ich hab ihn ja angesprochen Und unten stand schon Von wegen Jo Wir sehen uns das nächste Mal So wird Ähm Ja Ich werde ihn verschonen Leute Den Göttern sei Dank Kümmern wir uns jetzt um die anderen Jäger Gemeinsam Wir machen das High five Ich kann nicht mit dem reden Wo sind sie? Äh Zauberbuch Kerzenschein Oh Eine Lichtquelle Kann ich damit erschaffen Okay Ein bisschen was zum Verkaufen Ein paar Pfeile Kannst du ihn petten? Ich würde gerne Aber es geht nicht Ich kann nicht mal mit ihm reden Also ich kann ihn mit meiner Faust petten Was hier? Ihr wurdet verraten Wir waren nie miteinander irgendwie cool Jo Der ist ja mega strong Ah ne Der lebt noch Der hat ihn einfach komplett Durch den ganzen Raum gezwirbelt Oh Bessere Stiefel Und bessere Brust Er macht den Er macht das schon alleine Er macht das schon alleine Alter Wir wurden verraten Wir wurden verraten Ja man Dieses fucking Wir wurden verraten So ich war nie bei euch Aber okay Wir kennen uns nicht mal Aber gut Ich hab euch verraten Also das Oh Das war einhändig Ist besser als meins Aber meins macht halt Frost Noch ne Schon so die schlechtere Entscheidung Hä Der Wolf ist doch ein Cuter Der verdient doch eine zweite Chance Die Menschheit verraten Oh shit Aber die verdienen jetzt nicht unbedingt alle den Tod Naja sie wollen ja jetzt uns töten Wir verteidigen uns nur Ich bin für die Gerechtigkeit Sie sind gegen die Gerechtigkeit Ich bin für die Tiere Tja Leute Ich glaub wir müssen unser Skyrim Helm absetzen Ich hab einen neuen Helm bekommen Schade Machst du auch irgendwas oder Wildes Duell Alter ist das intense Komm schon du schaffst es Du schaffst es Lykanthropie ist ein ernsthaftes Problem Unserer Gesellschaft Mach die Augen auf Genau Das beste Capoeira was ich je gesehen habe Ja Passiert Ich danke euch für eure Hilfe Hier soll mein neues Zuhause sein Weit entfernt von Menschen die ich verletzen könnte Guck mal der ist doch so ein Lieber Als ob man den umbringen möchte So ein guter Was ist wenn ich mich anders entschieden hätte Wäre jetzt der Elch mein Reiz Ich glaub ich hab hier den Timer laufen gelassen Es läuft irgendein Timer gerade Es lief irgendwie ein Timer Ich hab aus Versehen irgendwie ein Timer gestartet Leute Ach mit F9 Weil ich gerade die F-Tasten durchgetestet habe Mein Timer App ist gerade an Und auf F9 starte ich einen 5 Minuten Timer Dann hättest du dein erstes Daedra Artefakt bekommen Ich habe keine Ahnung was ein Daedra Artefakt ist Aber ich glaube es ist nicht so viel wert Wie das Leben Eines Unschuldigen Der hätte eigentlich sterben müssen Ich kann einen Heiltrank aus den Hoden Von einem Daedra Craften Seid mir erneut gegrüßt Jäger Ich verachte euch auf eure gemeinen Taten Und eure gemeinen Taten Ja Das glaubt ihr vielleicht Indem ihr meine anderen Jäger ausgelöscht habt Habt ihr die Jagd auf den Kopf gestellt Und sie waren keine leichte Beute Ihr amüsiert und beeindruckt mich weiterhin Geht hin mit meinem Segen Also Er hasst mich jetzt wohl nicht dafür Das ist ein westliches RPG Nur in japanischen RPGs ist Freundschaft die stärkste Kraft Also ist in westlichen RPGs Töten und Loot das Beste Sehe ich das richtig Einfach töten Wenn jemand sagt töten Dann töte ich Dann gibt es immer Das ist das Beste Kann ich da irgendwas einsammeln Okay Aber wieso Nicht abgeschlossen Was war denn da noch Eine Rüstung aus der Haut des Werwolts Hätte ich bekommen Weißt du Den armen Jungen umbringen Und dann auch noch seine Haut als Rüstung benutzen Ich bin Skyrim Ich bin kein Barbar Leute Ich bin John Skyrim Was habe ich hier übersehen Ich habe einen Ring Ja Kann ich den jetzt absetzen Ring von Ja Bietet zusätzliche Verwandlung Für Werwölfe Ich wäre gerne ein Werwolf Ich hätte Hätte Sinding fragen sollen Ob er mich vielleicht beißen kann Mann Mein Chat scrollt wieder nicht mit Ich hätte vielleicht ihn fragen sollen Ob er mich beißt Oder so Yo bruh Bruh Hast du Bock mich zu beißen man Ich will auch Lykantrop werden Einer von euch Einer von euch Dachte du bist ein Barbier Mit meiner Axt bin ich alles Was du sein Was du willst Nego Soll ich dein Soll ich wie ein Barbier Dein Bart schneiden Mit der Axt Zack Das zählt auch als Daedra Artefakt Nur ist der Ring Nicht mehr verflucht Also habe ich doch Ein Daedra Artefakt bekommen Och der steht immer noch hier Ich wollte ihn schlagen Damit er mich vielleicht beißt Und ich dann Werwolf bin Jetzt bin ich an meinem Kreis gelaufen Hier gibt es nichts mehr Vielleicht kriege ich später Noch eine Quest Für diese Höhle Äh für diesen Für diesen Dungeon hier Weil es scheint hier nichts mehr zu geben Ich habe mit ihnen angesprochen Ich habe eh gespammt Er sagt nichts Wie weit bist du mittlerweile Ich habe noch nichts Von der Hauptquest gemacht Wenn du jetzt Kills kriegst Du glaube ich zusätzlich noch Die Rüstung Aber ich habe ihn geschlagen Ich habe kein Damage gemacht So Okay Ähm Ja Wie sieht es mit meinen Quests aus? Ähm Das dicke ist immer die Mainquest Oder was? Ne Besiege den Anführer der Heiligen Banditen Ne Das ist nicht die Mainquest Weight Gamer Dankeschön für 14 Monate Und hi Vor dem Sturm Sprich Flusswald Flusswald mit Gerdur In Flusswald Verschiedenes Hier Oh 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 Habe ich irgendwas in meiner Nähe? Oh 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 Da hätte ich was Hier in der Nähe Töte den Banditenanführer In Gallenschlucht Mine Ansonsten hier Sprich mit Flusswald Gerdur Ich glaube das war die Mainquest Sogar Äh Äh Ich möchte bitte Mein Äh Ding machen Ich verstehe nicht wie ich dieses Symbol versetze Hä? Okay Was ist das für ein Sound Das tut weh? Welcher Sound? Ich sprich mit Flusswald Sprich mit Flusswald Ja Der gute alte Flusswald Das Radar oben ist jetzt sehr unübersichtlich Ich brauche ja nur das Blaue Ich folge gerade dem Blauen Da sind wieder die Banditen Die Heiligen Daedra-Effekt sind die geilsten Items in dem Game Deswegen immer schön Die Daedra-Götter happy machen Wenn du kannst Das sind die einzigen Momente Bei denen du auf Moral scheißen solltest Ne Ne Hier wird nicht auf Moral geschissen Hey Taka Was geht ab? Danke für 32 Monate Bist du auch so einer Der auf die Moral scheißt Wenn es um Daedra-Artefakte geht? Oder bist du eher Der Geile Der mal auch sich gegen Daedras auflehnt Wo war mein Ziel? Ich habe es verloren Ich scheiße auf Moral Und schlachte Donnerstag Fasane ab Oh ja und ich habe Genau Ich habe ja gerade dem Daedran nicht gefunden Geholfen Habe ja trotzdem ein Artefakt bekommen Also so ist es ja nicht Hey dass man nicht immer springen kann Dass man nicht immer springen kann Du hast erst gemerkt Was der Daedra wollte Eine Jagd Ja aber eine Jagd Ob das Falsche Ich habe Die Die Jäger gejagt Und nicht Das Opfer gejagt Ich würde ja nichts sagen Aber für den kleinen Preis Zwei Priesteropfer zu haben Habe ich eine sicke Keule Und ein Haus bekommen Das ist ziemlich moralisch verwerflich Zwiebelpanzer Die Priester waren sogar gute Mach doch einfach den Flycheat an Du meinst die Mod Kann ich auch Daedras töten Wenn sie nur da sind Um mit Menschen Spaß zu haben Ich bücke mich nicht Ich töte sie Sicher dass der Daedra dich nicht manipuliert hat Und doch das gemacht hat Was er wollte Nein ich habe das aus freien Stücken Entschieden Ich habe vorher schon Mit dem Im Knast mit dem Wolf gesprochen Und fand ihn sympathisch Und wollte ihm helfen Sekundas Sockel entdeckt Freund oder Feind Ich packe mein Schwert weg Feind Moment der Damage Kriegst du noch eine Woa Was ist das denn für ein Autosave? Ich kann mich nicht bewegen. So was passiert mit Leuten, die in Skyrim auf Moral achten. I have an Escape Spam, okay. Ich kann auch Escape nicht spammen, ne? Da war kurz Escape. Was, wenn ich Block halte? Ich kann ja nicht mal im Pause-Menü gehen, bevor er mich schlägt. Gleiches Shit ist mir heute auch passiert. Oh. Oh. Karte und jetzt teleportieren. Ging hier nicht irgendwie schnell reisen? Du kannst nicht schnell reisen, wenn wir in der Nähe sind. Nein, ich bin noch nicht tot. Ich kann gerade auf meine Karte gucken. Hesu. Oh. Hesu. Oh. Oh. Hesu-yam. nicht gefunden gott mord happy 100 ach so es geht nicht was was machst du jetzt da was machst du jetzt da machst du gar nichts wer ist der skyrim cheat hey das spiel hat mich gezwungen zu cheaten ja das spiel hat mich gezwungen zu cheaten gutes spiel aber was hättest du jetzt auf konsole gemacht auf konsole kann man auch cheaten da schreibst du nicht gott mode sondern du gibst dann dreieck dreieck viergein okay was ist hier wir sind hier nicht in gta aber ist doch fast das gleiche was ist hier für ein kampf sind die riesen jahren kommen kämpfen die gar nicht gegen die riesen helgen soll von einem drachen erwischt worden sein das ist ja echt ärgerlich mann der arme helgen wird mir halt echt stinken ja was ist das da hinten da ist ein riesiges gebäude leute ich finde schön dass du die ganze zeit der schon die hauptquests ignoriert das ist ja echt die skyrim erfahrung da ist ein da älterer leute scheiße ist zu schnell ich habe keine ausdauer der arme helgen ja ich sehe wie ein dorf das ist ja mega riesig hier weißlauf ist das nee wir gehen da nicht hin leute wir müssen doch zu fluss weg hier fluss wald da müssen wir hin nach fluss wald wollen wir hin ich komme wieder okay du meinst ja vorhin dass er dich beißen sollte der werwolf und du kannst alter wie oft hast du das eigentlich schon geschrieben ich glaube du wurdest dafür getimeoutet oder dass du mir die ganze zeit schreibst wie ein wehrwolf werden soll oder ge wenigstens dran um die schnellreise zu haben es gibt doch schnellreisen naja das hat sich erledigt und das haben wir nicht euch zu verdanken was was ich habe alles versucht der nächste milchtrinker der sich ja so sehr angestrengt hat wieso schon wieder ein milchtrinker kommt nur zu denen die triumphieren und wir gefährten müssen uns unseren ruhm immer hart erkämpfen ach die haben einen riesen getötet hier gerade ihr seid nicht von hier was noch nie von den gefährten gehört doch war ein guter film wir sind brüder und schwestern verbunden durch unsere ehre und wir lösen jedes problem wenn die bezahlung gut genug ist kann ich euch beitreten das entscheide nicht ich ihr müsst mit kotlack weismähne oben in jorwaska reden der alte hat gute menschen jo stimmt was ist mit ihren füßen er schaut einem in die augen und weiß was man wert ist viel glück wenn ihr zu ihm geht ja ich will dazugehören kämpft mit uns dann habt ihr etwas zu erzählen so bin ich schon nah genug dran muss ich die wand einmal anfassen ich habe sie angefasst zählt das als portpunkt nehmen ist immer noch schwarz aha scheiße pferde stelle nehmt eure freckigen hände weg auf geht's nach flusswald ich glaube nicht dass ihr habt ihr irgendwas gehört dass sich irgendjemand beschwert hat dass ich irgendwas klaue ich glaube nicht ich habe nichts gehört das ging einfach als erwartet einfach rein drauf und weg so mit dem pferd kann ich jetzt klettern habt ihr gesagt ne wie war das nochmal der moral ich befreie nur das pferd ich habe euch gesagt ich bin für die tiere das pferd kann ich ja gar nicht klettern ah wohl scheiße wir versuchen nicht zu klettern ok kann das ding auch sprinten ja so einfach hier entlang habe schon bock auf meinen zehnten playthrough jetzt ja let's go also ich habe spaß ich finde es ganz nett hier am fluss gibt es angelspots ey wird jetzt sonntag unser skyrim tag leute jeden sonntag skyrim bis ich die 5000 stunden voller also nicht die main story ich dachte hier geht es zur main story hast du mods installiert ne flusswald entdeckt ich freue mich schon auf die nächste skyrim version für die nächste konsolengeneration die ps5 version ist das schon draußen jeder tag ist skyrim tag so kann ich jetzt das ding wieder weg machen hier nein nicht ja ich will ich will ich weiß doch nicht wie ich markierungen weg mache jetzt nichts drücken oh oh mein gott ok so gibt es irgendwo einen pferde junger der sich um ein pferd kümmern kann bist du ein pferde junge noch vor welche zu installieren wir mal schauen also ich will auf jeden fall nichts krass verändern ich will die wenn dann nur kleinigkeiten vielleicht du kannst die main story ruhig spielen das war nur ein anhang an die chat nachricht die ich vorher geschrieben aber ich weiß ja nicht genau was sie was die main quest ist ich dachte hier geht es halt zur main quest weil ich habe ja irgendwo hier gestartet irgendwo hier habe ich ja gestartet oder so meine ich und ich glaube das war so einer der ersten quest sich hatte irgendwie zum flussweg gehen oder so deshalb ja bin ich hier gegangen es gibt bestimmt leute in der community die die mit grafikmods oder so helfen würden ist das so hässlich sieht er vollkommen okay aus oder muss das hier jetzt alles aussehen wie diese ganzen anime waifu mods die man von skyrim kennt schon gehört bei shaw was wollt ihr ihr müssten meinem sohn sven einmal zuhören er singt fast jeden abend in der taverne der gute sven flusswald hier gibt es eine schönheit die im ganz himmelsrand ihresgleichen sucht das steht fest krasse schießkunst er ist ein barde sagt er zumindest manchmal findet er auch zeit seine arbeit hier in der müde zu erledigen er glaubt seine balladen und sonette würde camilla valerius dazu bewegen ihn zu heiraten als ob sie ihm jemals das ja wort geben würde eine intelligente und wunderschöne frau wie sie würde niemals auf diesen unsinn reinfallen hoffe ich ich habe nachgedacht vielleicht braucht camilla einen kleinen anstoß um sven als denjenigen zu sehen der er wirklich ist könntet ihr könntet ihr ihr diesen brief geben und ihr ausrichten er sei von sven ich glaube ich habe die mangelnde intelligenz dieses nord perfekt getroffen okay bis zum nächsten mal meint das spiel bei euch im chat ist bei euch im stream ist das spiel aber keine 60 frames oder merke ich gerade wenn ich rüber gucke in den stream ist das nicht so smooth wie bei mir ist schon die ganze zeit so chat aber wieso ist das gläufig ist denn so mies vielleicht internet probleme nähe ich weiß nicht ob mein pc das nicht gehandelt bekommt ne 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 es läuft ja nicht das liegt nicht am spiel es liegt an meinem pc ist schon die ganze zeit so wenn ihr mit gezogener waffe in den falschen laden tretet könntet ihr ihn vielleicht nicht mehr leben verlassen wenn ihr diese waffe da nicht verkaufen wollt steckt sie doch lieber weg wo sind hier diebe wo sind hier diebe wer klaut hier ich weiß nicht was ihr gehört habt aber das flusswald handelskontor hat noch geöffnet ihr könnt gerne hier einkaufen vielleicht ihr seid ein strammer junger mann lasst euch mal wieder sehen einfach direkt droppen äh dass der brief einfach nicht von sven ist moment kann ich den brief lesen ähm sonstiges schlüsselbücher hier gefälschter brief von sven meine teuerste kamilla ich möchte euch mein eigen nennen auf dass ihr waschen möget meine wäsch wie auch mein feines blondes haar an meinem herd da sollte ich stehen pflichtbewusst das haus mir hüten wenn ich durch die lande fahr herzlichst sven also ich kann gerade ich kann jetzt schlecht die welt von skyrim ein einschätzen aber ist es etwas worüber sich frauen freuen würden in der welt von skyrim ich weiß es nicht wie die frauen hier sind vielleicht ist das was richtig süßes eigentlich tatsächlich nicht hm ja ich würde gerne erstmal sven kennen lernen bevor ich entscheide wie mich hier den ob ich den brief gebe oder ob ich sage dass das eine lüge ist wir suchen erstmal swam leute swam swam er ist irgendwo in einer in einer kneipe oder so und musiziert hast du nicht mit einem ähnlichen brief tipps sie davon überzeugt mich hier zusammen zu sein ne tipps hat mir so ein brief geschrieben da habe ich gesagt ja wieso nicht dann wäsche ich deine wäsch und jetzt wasche ich ihre wäsch distel fendels haus ah das ist ein wolf ich muss ihn töten stumpf ich kann mit ihm reden ok papa sagt das papa papa ihr seid neu hier also schon was wenn ich mich über euch ärgern muss spiele ich euch einen streich und nicht nur ein bisschen sondern so richtig oh shit guck mal wie die sich äh betteln alter beide wollen adoptiert werden mein vater ist alvor der schmied ich bin seine assistentin ok ich muss alvor töten hey wollt ihr ein spiel spielen kein problem was möchte ich spielen echt super ihr dürft aussuchen fangen oder verstecken wie wärs mit deinem duell um den tod ich kenne alle guten verstecke ihr habt keine chance ihr bleibt hier stehen und zählt bis 10 und nicht vorher schauen bereit dann los ich schuppel leider hab ich halt gern ein bisschen spaß na und ja habt ihr euch versteckt meine freundin dort mag meine streiche nicht jetzt bin ich dran du bist dran finde jemanden ich komme nicht raus ok ich bin weg sie findet mich niemals wie du bist dran finde jemanden sie kriegt ich bin vergeben also kommt nicht auf falsche gedanken wer wer ist es ich bringe nur die läuft mir jetzt bis zum endbus hinterher ja schlafender riese ist das die kneipe hier oder ist das die gaststätte da ist Sven da ist Sven Leute Fendal glaubt er kann mir Camilla Valerius abspenstig machen aber sie ist bereits meins wie ich ihn immer wieder erklärt habe es ist schwierig das nicht zu tun das Bier wird schlecht Fendal wollte dass ich Camilla diesen Brief überbringe und sei er sei von euch wirklich dann ist meine Mutter vielleicht doch nicht verrückt das solltet ihr am besten dem Jarl in Weißlauf erzählen er muss davon erfahren ja an der Barden Akademie in Einsamkeit dort werden Barden und Skalden wie ich ausgebildet wenn ihr dort hingeht fragt nach Viarmo er ist der Direktor was denn der Elf versucht sich am Betrug wie schockierend als würde ich so ein hohles Geschwätz schreiben wie wäre es wenn wir den Spieß für Fendal umdrehen hier ich musste einfache Wörter verwenden aber dieser Brief dürfte Camilla davon überzeugen dass er von ihm ist und jetzt gehe ich zu Fendal und sage hey Sven hat einen Brief geschrieben also gut wir gehen jetzt so lange hin und her bis wir den perfekten Brief haben äh war das Bücher Sven's gefälschter Brief von Fendal liebe Camilla ich weiß ich habe euch zuhause so manchen Besuch abgestattet und wenn wir einander auch sehr nahe stehen so muss ich euch doch bitten alle Sehnsüchte die ihr für mich empfinden möge beiseite zu schieben ich bin ein echter Sohn Wallenwalz und würde meine Blutlinie niemals beschmutzen indem ich eine kaiserliche umwerbe ich hoffe dass wir wahre Freunde bleiben können sofern ihr wisst welcher Platz eurem Volk in Aldermiebund gebührt und mich als solchen respektiert herzlichst von Fendal ja ähm ich hasse kaiserliche Leute aber lass mal Freunde bleiben ok was sagt denn sie kommt sie kommt sie kriegt mich gleich ok das hat mich nicht erwischt ich bin vergeben ja es juckt mich doch gar nicht ich habe dich nicht mal angeguckt gebt mir sofort Bescheid wenn ihr Camilla den Brief gegeben habt scheiße ok wo war nochmal Camilla im Shop ne also was sagt denn Camilla kann ich zu Camilla sagen hey du hast zwei Vollidioten die verliebt sind nämlich ich habe einen Brief von Fendal lügen Sven wollte euch glauben machen dass dieser Brief von Fendal sei wovon redet ihr da was ist das für ein Brief meine Güte er wollte mir weismachen dass Fendal das geschrieben hat danke dass ihr mir die Wahrheit gesagt habt könntet ihr auch mit Fendal reden sicher will er euch auch danken dass ihr für ihn eingestanden seid jetzt ist Fendal so voll der unschuldige hat einfach doppelt hops genommen den Sven ähm hier gibt es eine Schönheit wie in ganz Himmelsrand ich weiß eure Hilfe zu schätzen bitte nehmt das es ist etwas Gold das ich mir durch die Arbeit in der Mühle angespart habe kein Problem geht voran ja ich habe jetzt ein Kumpel Leute wir sinds Freunde wir sinds Freunde lass mal zu Sven gehen ihr braucht etwas komm lass zu Sven gehen nein darf ich euch um etwas bitten wo habt ihr gelernt so schön zu spielen gewiss was kann ich für euch tun Tja schade ich dachte jetzt schlagen die sich oder so Delfinen ihr seid dieser Gast und habt ihr herumgeschnüffelt ich betreibe die Taverne es ist meine Aufgabe Fremde im Leben zu behalten Gerüchte das ist schon nice dass du ihm bei seiner Beziehung geholfen nur damit er sich jetzt mit dir verpissen kann es heißt Ulfric Sturmmantel sei den Kaiserlichen entkommen jetzt wird der Krieg nur noch schlimmer werden ok der hat keinen neuen Gericht mehr Tja Leute wer hat nochmal gesagt in dem Spiel Freundschaft macht dich nicht stärker Tja ich habe jetzt einen Kumpel zusammen sind wir jetzt super stark er ist Schütze ich bin Nahkämpfer bam 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 let's go rollt das Anime Opening ich mache das Western RPG zu meinem JRPG so wie es sich gehört ich bin vergeben also kommt nicht auf falsche Gedanken ich hasse sie so sehr hey wo ist Findal ach da ja aber ich hatte eigentlich hier eine Quest in dem Dorf mit irgendjemand muss ich hier reden hier hast du es nicht verstanden sie ist vergeben denn neu in Flusswald wenn ihr Arbeit sucht dann schaut doch mal bei Hort vorbei in der Mühle es ist meine Mühle und manche glauben es sei auch meine Stadt aber das stimmt nicht das Land und die Stadt gehören dem Jarl von Weislauf ich bezahle nur meine Steuern überquert den Fluss und reist dann nach Norden ihr werdet Weislauf auf dem Hügel sehen wenn ihr an den Wasserfällen vorbei da war ich schon mal hier ist der Schlüssel zum Haus bleibt so lange wie ihr wollt wenn ihr sonst noch etwas braucht dann fragt einen wer war nochmal Gerdur wieso ist sie so nett zu mir es gibt da etwas was ihr für uns tun könntet für uns alle hier wenn sich hier ein Drache herumtreibt ich mach ihn weg ich kann nicht mal davon erfahren Flusswald ist völlig schutzlos wir müssen Jarl Balgruf in Weislauf benachrichtigen er soll uns alle verfügbaren Soldaten schicken wenn ihr das für mich tun könntet wäre ich euch sehr verbunden hier ist eine Bekannte von dem Dude der dir in Helden geholfen hat achso mit dem wir abgehauen sind ja jetzt muss ich ja Weislauf wo ich schon war und ich hab mir den den Teleportations Shortcut Punkt wie nennt man das nochmal Schnellreise nicht geholt Besen ach da ist er ich habe euch doch gesagt dass meine Schwester uns helfen würde das ist die Schwester wisst ihr ihr solltet mich nach Windhelm begleiten und euch dem Kampf um die Befreiung Himmelsrans anschließen ihr habt hier und heute das wahre Gesicht des Kaiserreichs gesehen was? wohl kaum selbst Ulfric könnte sich keinen Drachen aus dem Ärmel zaubern hat gerade rechtzeitig angegriffen was? ich kann gut darauf verzichten dass der kaiserliche Henker mir eine Rasur verpasst das wisst ihr wirklich nicht das war Ulfric Sturmmantel höchstpersönlich ich achte nicht so auf aktuelle Ereignisse ja ich mach momentan Detox dementsprechend bin ich nicht so oft auf Twitter unterwegs deshalb ja genau der Anführer unseres Kampfes gegen das Kaiserreich Stimmt die meisten Leute wissen gar nicht wie er aussieht sie kennen ihn nur von den Steckbriefen der Kaiserlichen ich war Ulfrics Leibwache zugeteilt wir waren unterwegs nach Dunkelwasserkreuzung im Süden von Ostmarsch die Kaiserlichen haben uns schon erwartet ein schön eingefädelter Hinterhalt wir waren mindestens 5 zu 1 in der Unterzahl Ulfric befahl uns den Kampf einzustellen wollte wohl nicht dass wir alle umsonst sterben ich dachte sie würden uns südwärts bringen nach Cyrodiil uns vor dem Kaiser zur Schau stellen aber dann haben wir in Helgen halt gemacht und den Rest kennt ihr ja da war ich dabei haltet euch einfach nordwärts ja das weiß ich schon ja ok cool das nehm ich mit also solltet ihr unterwegs zumindest ja ich hörte gar nicht mehr zu but I'm not read em so äh oh Kochtopf ich kann was kochen leider vergiftet der grüne Apfel cool ich kann nichts benutzen Lokal ist zu weil Küchen Küche und so geschlossen ich dachte bis 21.15 Uhr und woher sollten wir das wissen wenn auf der Seite steht dass sie bis 15 nachhoffen haben so ok ähm ja nach Weißlauf soll ich hin ne wo ist mein Pferd ja mein Pferd achso ihr meintet ja ich kann mich auch zu den Stählen teleportieren ne ja ja mein aber wir können aber wo waren das noch es gibt ja noch andere hä was was hab ich gemacht Chat wegen dem Pferd was wie nein ich wollte dich ins Gefängnis ich wollte eigentlich ihm zahlen ich hab genug Geld ich hab mich verklickt da da muss ich denn mit ihm hier drin liegen Mann ey hat Gold hallo 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 Leute wir müssen ausbrechen zum Glück haben sie mir meine Dietrich hier nicht mitgenommen die ich ganz tief in meinem Rektrum versteckt habe ähm ich will da runter irgendwas irgendwas ist hier ich hab ne Tür gehört einfach Labyrinth hier unten bin ich jetzt Moment bin ich jetzt komplett nackt oh mein Gott sie haben hier meine Rüstung meine hart arbeitete Rüstung mein Chat scrollt wieder mit nicht mit ja mein Skyrim Helm ist weg scheiße da ist mehr als nur das Skyrim Helm weg scheiße meine Frost Axt Leute äh Jungs ähm Jungs wie haben die mich gesehen wenn ich lang genug warte kommt Fendal und befreit mich oder wir sind doch Freunde wann kommt wieder Dark Souls 3 ähm ich glaub Donnerstag ich hab ne Laterne gestohlen ich weiß nicht ob das hier als stehlen zählt aber okay man wieso komm ich hier nicht durch Tja wie kommen wir raus ich hab nur noch einen Dietrich oder ich sitz einfach meine Strafe aus ab aber ich bin Skyrim Leute ich muss raus was ist höher Adept oder oder äh oder Experte Ursprung oder n ja n n Untertitelung des ZDF, 2020 Wer lacht nun? So, ja, bring mir die Ketten was und so und Ringe. Irgendwie nicht, aber dann sehe ich vielleicht reicher aus. Einhändige Angriffe verursachen, oh, guck mal hier, nice, bringt doch was. Tja, ähm, habe ich jetzt mehr Niedriche? Ja. Oh, was? Einfach Ausbruchlegende. Bela, ciao, Bela, ciao, Bela, ciao, ciao, ciao. Ich sage, ciao. Wo warst du? Junge, ich bin aufgewacht, halbnackt, in der Zelle mit einer Leiche neben mir. Wo warst du? Es war kalt und nass. Der Junge ist direkt am Start. Bro. Ich wollte schon immer eine Laute haben. Ach, die schlafen alle. Ah, die schlafen alle, ja, perfekt. Biografie von Barenzia. Gold. Wie in mir, so ich euch. Ihr kleinen Schweine. Schuhe, Kapuze. Kann ich die bluten, während sie schlafen? Wartet, ich kenne euch. Mann, nein! Warte, ich kenne euch doch. Der einzige Fehler war, dass ihr euer Gesicht gezeigt habt. Ihr habt Straftaten gegen Himmelsrand und sein Volk begangen. Und es ist an der Zeit, euch vor dem Jarl zu verantworten. Auch gut. Ich konfisziere all eure gestohlenen Waren. Dann könnt ihr gehen. Bis zum nächsten Mal. Einfach selbst gestellt. Vor allem, ich habe gerade alles bei Ihnen hier voll geklaut. Und damit wahrscheinlich den Preis noch angestiegen. Für den Steckbrief. Meine Waffen habe ich ja, ne? Aber ich bin ausgebrochen. Einfach, imagine, du klaust ein Pferd. Wirst in den Kerker gesteckt dafür. Brichst dann aus. Und gehst dann zur Polizei und sagst, yo, Leute. Ich bin ausgebrochen. Bin ich jetzt im Weißlauf oder wo bin ich? Ne, bin ich nicht. Da. Wir müssen mit dem Jarl reden, nämlich. Oder ist das schon Weißlauf im Moment, ey? Gehört das schon zu Weißlauf hier? Oder ist es noch draußen? Ich kann nichts markieren. Du bist mitten in der Stadt. Okay. Der Jarl hat sich auf den Pferdedieb freuen. Ich habe nur getestet, wie gut ihr Gefängnis ist. Ich gehe jetzt zu Jarl und sage, Entschuldigung, aber ihr Knast ist nicht sicher genug. Ich bin ein Experte für Ausbrüche. Es war sehr einfach. Ich habe nur zwei Dietriche gebraucht. So. Guten Tag. Hä? Quasi ein ethischer Hacker. Oh, pompös. Guck mal, der sitzt ja auch genauso. Was soll diese Unterbrechung? Jarl Balgruf empfängt keine Besucher. Ich habe Nachrichten von Helgen über den Drachenangriff. Wer ist das? Das erklärt, warum die Wachen euch hineingelassen haben. Kommt. Der Jarl wird sich persönlich mit euch unterhalten wollen. Niemand hat mich reingelassen. Das Erste, was passiert ist, ich wurde von euren Wachen in den Knast gesteckt. Niemand hat mich irgendwo reingelassen. Die Ersteherei ist doch Mist. Wir sollten den Kampf durch den Kuchen. Wir warten also in Helgen. Hey, so ein DAD wie du hatte ich auch gehabt. Habe ich verkauft, weil es Trash ist. Ich hatte eine tolle Aussicht, während die Kaiserlichen versucht haben, mir den Kopf abzuschneiden. Der Drache hat Helgen zerstört. Und das Letzte, was ich sah, war, dass er in diese Richtung davon flog. So wie er sitzt, könnte er auch ein Arsch sein. Aber bisher klingt er nicht wie ein Arsch. Sie redet. Wie ist das eigentlich bei Norden? Ihr seid zu mir gekommen, auf eigene Faust. Ihr habt Weislauf einen Dienst erwiesen. Und das werde ich euch nicht vergessen. Hier, bitte nehmt dies als kleines Zeichen meiner Anerkennung. Ich hätte da noch etwas für euch. Vermutlich eine geeignete Aufgabe für jemanden, der über solche Fähigkeiten verfügt wie ihr. Kommt. Begeben wir uns zu Pharenga, meinem Hofzauberer. Er beschäftigt sich mit einer Frage, die mit diesen Drachen zu tun hat. Und mit Drachengerüchten. Und zwar, Leute. Äh, Moment. Und zwar. Ähm. Heißt es ja, bei den Nordmännern, wenn man den Jarl tötet, ist man der neue Jarl. Ist das hier auch so einfach? Könnte das alles mir gehören? Ich hab den Jarl getötet. Doch, der ist gerade gestorben. Und dann bin ich einfach instant gestorben. Der stirbt nicht. Aber seine HP war gerade auf Null. Er steht danach wieder auf. Pharenga, ich glaube, ich hätte da jemanden, der euch bei eurem Drachenprojekt helfen kann. Nur zu. Weiht ihn in alle Einzelheiten ein. Der Jarl glaubt also, ihr könntet mir nützlich sein? Aber natürlich, er muss an meine Drachenforschung gedacht haben. Ja, ich könnte jemanden brauchen, der etwas für mich besorgt. Und mit besorgen meine ich, dass ihr in einer gefährlichen Ruine nach einer alten Steintafel suchen werdet, die vielleicht gar nicht dort ist. Äh, sagt mir einfach, was ich für euch tun soll. Ja. Ihr brennt darauf, euer Abenteuer zu beginnen. Wunderbar. Je früher ihr anfangt, desto eher ist es erledigt, nicht wahr? Ich, äh, habe von einer Steintafel erfahren, die im Ölsturz-Hügelgrab liegen soll. Einem Drachenstein mit einer Karte verschiedener Drachengrabstätten. Die Tafel liegt vermutlich in der Hauptkammer des Ölsturz-Hügelgrabes. Geht dorthin, findet die Tafel und bringt sie mir. Ganz einfach. Klingt simpel. Ein Schüler der Kunst. Ihr müsst anfangen, indem ihr eine Verzauberung erlernt. Nehmt eine verzauberte Waffe oder ein verzaubertes Rüstungsteil, dann nutzt den Arkanen-Verzauberer, um deren Geheimnis zu lernen. Der Gegenstand wird dabei zerstört, also seid vorsichtig. Sobald ihr eine Verzauberung kennt, braucht ihr einen gefüllten Seelenstein und etwas, was ihr verzaubern könnt. Auch dafür benutzt ihr den Arkanen-Verzauberer. Natürlich, ich habe alles im Angebot, was ihr braucht. Also kann ich theoretisch jetzt meine Frost-Achse zerstören und den Frost-Effekt auf eine andere Waffe übertragen? Oder wie? Auf zum Ölsturz-Hügelgrab mit euch. Jein, ja. Und ich eigentlich auch. Den Kacke, wenn du es nicht gelevelt hast. Der lernst den Frost-Effekt allgemein zu verzaubern. Okay. Das habe ich schon gelesen. Aber ja, Leute. Das wäre doch ganz sick, oder? Sterbe ich im Feuer? Nee, ne? Kann ich mich irgendwo hinsetzen? Moment, kann ich mich auf sein Stuhl hinsetzen? Ja. 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 Vielen Dank.